Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid zur 67. Lage der Nation. Herzlich willkommen in der Wikimedia. Tremendous opportunity. Ja, genau, ein tremendous opportunity, heute live zuzuhören bei der Lage der Nation. Wir haben ein Geschenk bekommen, über das wir uns sehr gefreut haben. We've got some bad hombres here. Das hat uns jemand geschickt. Ich habe den Namen natürlich vergessen. Das tut mit Klarheit. Aber ist mit Bedienungseinleitung und war auf einmal im Briefkasten. Fand ich natürlich ganz süß. Sehr schöne Idee. Vielen, vielen Dank. Genau, steht auch extra drauf. Entworfen von einem Deutschen. Leave me. Designed by a Canadian, voiced by a Australian, paid for by a Mexican and made by a Chinese. Sehr hilfreiches Geschenk. Ja, ganz herzlich willkommen zur Lage, zur Lage live hier in der Wikimedia, in den Räumen der Wikimedia. Ist zu leise, glaube ich. Ist zu leise. Ja, ich sehe den Finger, Timmy, ergeben wir alles. So vielleicht. Ja, ist es jetzt besser? So ist besser. Ja, jetzt sehe ich es auch. Wunderbar. Hervorragend. Ja, nochmal ganz herzlich willkommen in den Räumen der Wikimedia, die uns hier sehr freundlich die Lokalitäten zur Verfügung stellt. Getränke findet ihr hinten im Kühlschrank, haben, glaube ich, auch schon einige von euch entdeckt. Ist im Preis mit inbegriffen. Flat Rate. Genau. Ja, und das ist die größte Lage live überhaupt übrigens. Also wir haben dieses Mal ein paar Tickets mehr geklickt, weil wir beim letzten Mal gemerkt haben, das funktioniert wunderbar. Und ja, ich finde es immer wieder wunderschön zu sehen, wer so alles da ist und wie viele Menschen mit uns zusammen podcasten. Macht echt genau. Sehr viel Spaß. Vielen Dank. Du bist Ulf Burmeier. So ist es. Und das ist Philipp Banse da drüben. So, wir machen für alle, die es noch nicht wissen, ungefähr hoffentlich einmal in der Woche die Lage. Und wir machen das eigentlich gen Wochenende. Diesmal haben wir es geschoben, weil am Wochenende die Wahlen waren. Und wir hatten das ja schon ein paar Mal probiert, in anderen Zusammenhängen am Sonntag diese Wahl mehr oder weniger live zu kommentieren. Das ist eigentlich zu früh, ne? Eigentlich ist es zu früh. Da kann man noch nicht so richtig viel sagen. Da hat man dann natürlich die Hochrechnung und da kann man dann so langsam anfangen zu überlegen, was könnten die Parteien daraus machen. Aber wir haben uns überlegt, das macht eigentlich viel mehr Sinn, dass wir das quasi nach zwei Tage abwarten. Was sind die Entwicklungen? Und das hat sich sehr bewährt, denke ich, denn heute war ja ein ereignisreicher Tag. Aber bevor wir loslegen mit den inhaltlichen Themen, möchten wir noch ganz gerne kurz unser Team begrüßen. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen so ein bisschen anfangen, uns vielleicht so ein bisschen breiter aufzustellen, thematisch. Und sind sehr, sehr froh, dass wir zwei junge Damen gewonnen haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Da ist zum einen unsere Social Media Managerin Chiara, hier vorne mit der Kamera, die insbesondere vielen, vielen Dank, die insbesondere unseren Instagram-Feed bearbeitet und ganz tolle Fotos macht. Vielen Dank. Und als zweites können wir begrüßen in unserer Runde Lea, hier vorne auch in der ersten Reihe. Ich habe eben schon scherzhaft gesagt, unsere neue Außenministerin Lea wird uns unterstützen mit Recherchen, insbesondere zu außenpolitischen Themen, weil wir so ein bisschen den Eindruck hatten, dass das einfach nicht unser Schwerpunktthema war bisher. Das war, wenn man so will, so ein bisschen die Achillesferse der Lage der Nationen. Und zur Lage der Nationen gehören natürlich auch die Beziehungen Deutschlands zur Welt und überhaupt das Geschehen auf der großen, weiten Welt. Und deswegen freuen wir uns sehr, dass Lea jetzt mit dabei ist. Und heute gibt es auch schon einen Blog, den Lea für uns recherchiert hat. Vielen Dank. Wunderbar. Ich würde sagen, hinein ins Vergnügen. Philipp, du kannst den nächsten Urlaub, habe ich hier gelesen. Ja, Sächsische Schweiz. Ja. Ost-Erzgebirge. 37,4 Prozent AfD, da fühlt man sich so richtig wohl. Und da fühlt man sich so richtig zu Hause, ja. Ist schon bitter. Ich glaube, Frau Petri Heil hat da ihr Direktmandat gewonnen. In der Tat. Also die Region kann man touristisch nur bemitleiden. Ja, es ist wirklich krass. Wobei man sagen muss, vielleicht würde es sogar der Gegend helfen, wenn sie touristisch einen kleinen Aufschwung hinlegt. Vielleicht würden die Menschen auf andere Gedanken kommen. Jedenfalls, Sachsen ist, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen unser Sorgenkind-Bundesland. Denn die AfD ist stärkste Kraft in Sachsen überhaupt geworden. Das muss man sich mal reinziehen. Stärkste Kraft vor der christlich-demokratischen Union Deutschlands. Aber bevor wir anfangen, wie immer, erstmal so die Fakten zusammenkehren. Das Ergebnis werden viele von euch ungefähr parat haben. Wir sagen es der Vollständigkeit halt nochmal, um auch so ein bisschen danach die Koalitionsoptionen auszudröseln. Also die Union ist bei 33 Prozent tiefster, schlechtestes Ergebnis, zweitschlechtestes Ergebnis seit Zweiten Weltkrieg. SPD ist auch 20,5 gekommen. Das Schlechteste seit 1949, seit Bestehen der Bundesrepublik. Vielleicht nochmal die relativen Zahlen dazu, damit man das Ganze ausmaßlich so klar macht. Union minus 8,6 Prozent, also Prozentpunkte. SPD minus 5,2 Prozentpunkte. Und dann kommt was ganz anderes. Genau, dann kommt die AfD mit 12,6. Erstmals im Bundestag vertreten als drittstärkste Kraft, wenn ich das richtig sehe. Die FDP ist mit dabei, wieder mit 10,7. Die Linken mit 9,2, mehr oder weniger unverändert. Und die Grünen auch. Leichtes Plus von 8,9. Damit haben wir dann die sensationelle Zahl von 709 Abgeordneten. Wieso das so ist, das hast du in der letzten Lage ein bisschen erläutert. Mit den Ausgleichs- und Überhangmandaten. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal in Extensio wiederholen. Nö, das machen wir nur so vielleicht als Schlagwort, damit man es nochmal einmal gehört hat. Also regelmäßig hätte der Bundestag eigentlich 598 Abgeordnete. Aber jetzt sind so viele Überhangmandate entstanden. Also Parteien, die quasi durch Direktmandate schon mehr Sitze bekommen haben, als ihnen nach den Zweitstimmen zustünden. Dass die natürlich zunächst mal reinkamen. Das ist so das erste Drittel etwa dieser zusätzlichen Mandate von 5,98 auf 709. Und das andere sind dann Ausgleichsmandate, weil die anderen Parteien entsprechend auch mehr Mandate bekommen haben, damit das Stimmenverhältnis insgesamt ausgeglichen ist. Und da gibt es ja schon so die ersten Leute, die sagen, damit ist der Bundestag im Grunde nicht mehr zu händeln. Denn das sind eben... Das ist der größte ever, ne? Das ist der größte ever, ne? Ja. Das heißt also, für eine absolute Mehrheit braucht man 355 Parlamentarier, um also Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu wählen. Und an Koalitionen gibt es nicht so wahnsinnig viele Optionen mehr. Die große Koalition wäre sicherlich eine Option, aber da hat die SPD sehr schnell schon am Wahlabend ganz früh gesagt, ohne uns. Wir gehen in die Opposition, darüber gehen wir gleich nochmal. Weil keiner mit der AfD zusammengehen will, bleibt de facto als einzige Koalitionsoption Jamaika. Heißt, weil die Farben der Parteien ungefähr die Farben der jamaikanischen Nationalfahne repräsentieren, nämlich schwarz, grün und gelb. Genau, also wir sind uns ja noch nicht so ganz sicher, wie das so eigentlich ist mit der SPD und der Opposition. Also dafür, dass sie das wirklich durchziehen und eben jetzt sich nicht mehr bequatschen lassen, zum Beispiel von Angela Merkel, spricht, dass diese Festlegung sehr, sehr schnell kam. Im Grunde nach der ersten Prognose, 18 Uhr und ein paar Minuten, hat sofort Thomas Oppermann, derzeit noch Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag, gesagt, wir sind abgewählt. Und das ist ein Auftrag, in die Opposition zu gehen. Diese sehr schnelle Festlegung kam auch von sehr vielen Spitzenleuten der SPD. Das war ganz offensichtlich vorher abgestimmt. Das wird sehr schwer, davon wieder herunterzukommen. Auf der anderen Seite hat die SPD natürlich immer wieder schon mal dieses Argument gebracht mit der staatspolitischen Verantwortung. Denn wenn, darüber reden wir jetzt gleich noch, wenn diese Jamaika-Koalition vielleicht überraschenderweise nicht zustande kommen sollte, dann bleibt nur die Große Koalition. Und wenn die SPD sagt, machen wir nicht, wir gehen in die Opposition, dann bleiben eigentlich nur Neuwahlen, dass wir also nochmal wählen. Und da rechnen eigentlich alle damit, dass die AfD da nicht als Verlierer rausgehen wird. Ganz sicher nicht. Weil dann das Argument sein wird, hey, 87 Prozent quasi der Stimmen haben sich im Bundestag nicht auf eine Regierung einigen können, die Versager. Die müssen wohl abgestraft werden. Jetzt müssen sie abgestraft werden, lass uns das mal machen. Also das wäre schon, glaube ich, ziemlich bitter, wenn wir da Neuwahlen kriegen würden. Das weiß auch die SPD. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, A, dass die SPD nochmal in die Große Koalition geht. Aber vor allen Dingen kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es keine Jamaika-Koalition gibt. Nee, also da, man muss natürlich sagen, es ist die schwierigste Regierungsbildung in der Geschichte der Bundesrepublik. Einfach, weil sich vier Parteien zusammenraufen müssen. Wahrscheinlich drei, vielleicht aber auch vier Fraktionen. Auf jeden Fall aber vier Parteien, weil CDU und CSU ja zwei Parteien sind, die bislang immer eine gemeinsame Fraktion gebildet haben, die Unionsfraktion. Es gab jetzt aber schon erste Diskussionen in der CSU, ob man nicht diese Fraktionsgemeinschaft aufkündigen soll. Rechnerisch möglich wäre das, dazu kommen wir später noch. Dann wären es sogar vier Fraktionen. Also drei oder vier Fraktionen, vier Parteien müssen sich mit unterschiedlichen Programmen, mit unterschiedlichen Präferenzen zusammenraufen. Die Deutschen wollen eigentlich nicht so unbedingt eine Jamaika-Koalition. Also wenn man die im Fratief-Team hat gefragt, wollt ihr nochmal eine GroKo? Und dann haben 23 Prozent gesagt, no thank you. Eine GroKo oder eine Jamaika-Koalition? Jamaika, habe ich GroKo gesagt? Ja, Jamaika, nee, Entschuldigung, Jamaika. Also unter ein, weniger als ein Viertel sagen, Jamaika wäre eine gute Sache. Allerdings ist es das Einzige, was übrig bleibt. Und das wird extrem interessant zu beobachten, wie das läuft. Weil wir haben wirklich sehr, sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und auch Interessenlagen da drin. FDP und Grüne gehen extrem selbstbewusst da rein. Ja, also schon machthungrig. Also Oestemir und hier Göring-Eckardt, die haben immer schon gesagt, GroKo, äh, GroKo, ich bin so vier Jahre GroKo geschädigt hier. Jamaika könnten wir machen, Regierung wollen wir haben. Mit der Union können wir uns das auch vorstellen. Haben jetzt besser abgeschnitten als erwartet. Die FDP sowieso, ja, wieder drin nach vier Jahren Pause. Und zwar auch satt drin. Also die werden da nicht mit, äh, die werden keine kleinen Brötchen machen. Die werden keine kleinen Brötchen machen. Ja, so kann man es vielleicht sagen. Also das, davon kann ich immer ausgehen. Gleichzeitig haben wir eine CSU, die in Bayern extrem strecht abgeschnitten hat mit 38 Quietschprozent, glaube ich. Was für die sensationell mies ist. Und Horst Seehofer muss sehen, dass er Profil gewinnt. Und vor allem hat er da im nächsten Jahr seine Landtagswahl am Hals, wo er irgendwie reussieren muss und wiedergewählt werden will. Und der wird eindeutig, das deutet sich schon an, versuchen nach rechts zu gehen. Sprich in dieser Flüchtlingsfrage und Obergrenze da wieder Stellung zu beziehen, was mit den Grünen sehr schwer zu machen sein wird. Aber das ist nicht das Einzige, was da inhaltlich spielt. Nee, das ist nicht das Einzige. Es gibt, ähm, es gibt auch im Bereich der inneren Sicherheit natürlich große Differenzen. Die CSU will sich da profilieren. Ähm, der erzkonservative bayerische Innenminister, ähm, Herrmann schielt schon auf das Bundesinnenministerium. Ähm, das wäre sicherlich eine Personalie, die den Grünen schlicht nicht zu verkaufen ist, würde ich mal so. In den Raum werfen als These, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und wenn ich mich da richtig entsinne, war das zum Beispiel auch der Mann, der den bayerischen Staatstrojaner damals durchgewunken hat, 2011. Aber meinst du, da setzen sich die Grünen in die Koalitionsverhandlungen und sagen, hier, das war doch der Mann mit dem Bundestrojaner, mit dem Bayern-Trojaner? Wir müssen es mal abwarten. Das ist, äh, also die Grünen haben in der letzten Legislaturperiode, in der jetzt zu Ende gehenden, schon sehr konsequent, ähm, auf den, auf die Einhaltung von Grundrechten geachtet. Mit den linken Zusammenwandes war das, denke ich, die Fraktion, die da am meisten kritische Fragen gestellt hat. Aber natürlich, äh, wenn sie dann mit, ähm, den Unionsparteien und der FDP in den Koalitionsverhandlungen sitzen, ist sehr die Frage, ob sie es daran letztlich scheitern lassen. Das muss man abwarten. Und, ähm, das wird aus meiner Sicht auch eine der spannendsten Fragen, dass die Grünen für sich entscheiden müssen, wie hältst du es denn eigentlich mit den Grundrechten, wenn auf der anderen Seite eben so als große Karotte Angela Merkel mit der Regierungsbeteiligung lockt? Ja, aber da haben, da haben, glaube ich, Östemier und Köring-Eckern schon vorgebaut, dass sie jetzt, als sie, ne, das Wahlergebnis da begrüßt haben in ihrer Parteizentrale, gesagt haben, unsere Eckpfeiler sinngemäß. Unsere Eckpfeiler sind Klima und soziale Gerechtigkeit. Von Bürgerrechten war da nicht die Rede. Klima ist aber auch so ein Ding, ne, also wenn du, wenn du, äh, als Grüne daherkommst und sagst, wir wollen Verbrennungsmotor abschaffen, da kriegen die in Bayern mit BMW, Audi und Mercedes Schnappatmung, ne, also Mercedes ist Baden-Württemberg. Wollte ich sagen, ne, Mercedes ist Baden-Württemberg. Aber trotzdem, das reicht immer noch aus. Wo man beim Daimler sagt, da kriegen sie auch Schnappatmung. Genau, naja, das geht auf gar keinen Fall. Das ist natürlich wahr. Insofern, das werden auf jeden Fall sehr spannende Koalitionsverhandlungen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe Bereiche, ähm, wo diese drei bis vier, ähm, Gruppen sich vielleicht relativ gut einigen könnten. Zum Beispiel in der Steuerpolitik, ne, wer wird wie entlastet. Da kann man ja im Grunde einfach so für die jeweiligen, ähm, Klientelgruppen, äh, so einen großen Schluck aus der Pulle verteilen. Denn alle Parteien sind sich ja im Grunde einig, ähm, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland netto entlastet werden sollen. Es gibt den Streit um die Summe, ob das jetzt netto 15 oder eher 30 Milliarden, ähm, sein sollten. Aber im Kern wollen das alle. Ähm, da geht es dann eher so um Detailfragen, nämlich zum Beispiel, wie ökologisch sollte denn eigentlich das Steuersystem umgebaut werden? Die Grünen zum Beispiel, äh, haben ja schon seit langem die Vorstellung, dass man doch mal die Kraftfahrzeugsteuer, ähm, senken oder gar abschaffen könnte und dafür die Mineralölsteuer hochsetzen. Das hätte eine ökologische Steuerungswirkung. Kraftfahrzeugsteuer zahlt man dafür, dass man ein Auto besitzt, angemeldet hat. Und, ähm, die Kraftfahrzeugsteuer zahlt man dafür, dass man Sprit verbraucht, was ja ökologisch das eigentliche Problem ist. Und das ist nur so ein Beispiel. Aber das sind, ähm, vergleichsweise kleine Details. Ich denke, in der Steuerpolitik können sich die Parteien vergleichsweise schnell einigen. Ähm, und Grüne und FDP zum Beispiel sind sich auch in weiten Politikfeldern einig. Also beide wollen zum Beispiel mehr Bildung. Beide wollen mehr Digitalisierung, ne? Die FDP hat ja sogar, ähm, damit Werbung gemacht. So quasi Digitalisierung first, Bedenken second, ja, war eins dieser etwas knalligen Wahlplakate hier. Jedenfalls in Berlin. Beide wollen auch eigentlich ein Einwanderungsgesetz. Beide wollen Startups besser fördern. Also es gibt auch schon eine ganze Menge quasi gemeinsame Grundlage für eine Regierung. So, ne? Und dann gibt es natürlich noch Sachen wie zum Beispiel so ein Einwanderungsgesetz. Da sind sich FDP und Grüne eigentlich ziemlich einig. Ist aber ein rotes Tuch für die, für die Union, speziell für die CSU. Da bin ich mir sicher, das wird nicht kommen. Also das kann ich mir, also was heißt, ich bin mir sicher, ne? Man weiß es nie. Da werden ja auch so Päckchen geschnürt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Union das mitmacht. Insbesondere die CSU nicht. Jedenfalls nicht vor den Landtagswahlen in Bayern. Und wie läuft das jetzt ab? Also die treffen sich jetzt, man hat das erst Sondierungsgespräch, ne? Die beschnüffeln sich mal, ob sie denn wollen. Die Grünen wollen dann sogar noch ihre Basis fragen. Die fragen, glaube ich, auch ihre Basis, wer da in diese Koalitionsverhandlungen gehen soll. Auch das Personal. Sie fragen irgendwie, ob sie es machen sollen. Und auch so thematisch wird das alles abgeklopft. Da gibt es jetzt noch ein paar Treffen. Ich weiß nicht, ob es richtige Parteitage sind. Aber die Basis wird auf jeden Fall befragt. Ja, also Stichwort, was passiert jetzt eigentlich? Die Berliner Zeitung hat das mal aufgeschrieben. Sehr schöner Beitrag. Packen wir in die Shownotes. Am Dienstag, am heutigen Dienstag, haben die Parteien im Bundestag ihre jeweils erste Fraktionssitzung abgehalten. Und bei der CDU-CSU steht gleich die Wahl der Fraktionschefs auf dem Programm. Ich habe irgendwo gehört, dass Volker Kauder nochmal gewählt wurde als Fraktionschef, wenn auch abgestraft wurde beim Wahlergebnis. Die SPD will wohl am Mittwoch wählen und dann Ende September wollen die Grünen auf einem Länderrat entscheiden, ob sie Sondierungsgespräche über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP führen werden. Das ist halt immer so der Schritt. Erst fragt man die Partei, dann gibt es Sondierungsgespräche. Und wenn man das Gefühl hat, es gibt einfach eine gewisse Basis und es gibt keine totalen, wie soll ich sagen, No-Gos, wo man sagt, da können wir einfach nicht miteinander. Dann werden die echten Koalitionsverhandlungen geführt, denn die scheitern dann eigentlich nicht mehr, Philipp. Oder kannst du dich erinnern, dass die mal gescheitern? Also Sondierungen scheitern schon mal, da wird ja auch viel mit mehreren Parteien sondiert, parallel. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass die nicht auf irgendeinen grünen Zweig kommen. Wir haben diese ganzen Punkte geschildert, wo es hakelig werden kann. Sicherlich wird es da auch knallen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich am Ende hinstellen nach zwei Monaten oder einem Monat und sagen, wir schaffen es nicht. Wir finden keine gemeinsame Basis. Ich meine, dass jeder da Abstriche wird machen müssen, das ist allen von vornherein klar und das kann man hinterher auch sagen. Da mussten wir Abstriche machen, das ging einfach nicht, aber dafür haben wir ABC. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich hinstellen und sagen, wir kriegen das nicht und die SPD sagt nein und dann gibt es Neuwahlen. Das halte ich nicht für unmöglich, aber für sehr unwahrscheinlich. Da muss man natürlich wissen, bis es wirklich so richtig in Fahrt kommt, dieses Geschacher und Gefeilsche, wird es noch ein bisschen dauern. Denn ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor einigen Wochen gab es diesen Effekt, dass eine Abgeordnete der Grünen im niedersächsischen Landtag übergetreten ist zur CDU. Und damit hat die rot-grüne Regierung in Niedersachsen ihre Mehrheit verloren. Deswegen wurden dort Neuwahlen angesetzt und die finden jetzt am Sonntag, den 15. Oktober statt. Und bis dahin ist das politische Berlin jetzt noch so ein bisschen auf Tauchstation, weil man einfach den Wahlkampf in Niedersachsen nicht beeinträchtigen möchte. Also insbesondere die rot-grünen Wahlkämpfer in Niedersachsen würden gerne ihre Koalition fortsetzen und wenn jetzt auf Bundesebene die Grünen quasi mit der Union flirten. Klar geht nicht anders, aber das wäre jedenfalls für die Endphase des Wahlkampfs in Niedersachsen sehr ungünstig. Und deswegen denke ich mal, wird es noch so ein bisschen dauern, bis tatsächlich da Richtungsentscheidungen getroffen werden. Kommen wir mal zur SPD. Ich finde, bei der SPD kann man ganz gut sehen, dass so Wahlen manchmal auch echt gut tun. Das kann man so sagen, ja. So einer Partei. Also das ging jetzt über mehrere Jahre mehr oder weniger in Wellenberg ab. Und wir haben oft über die SPD sind wir hergezogen und jetzt ist einfach der Zeitpunkt, wo sie sich einfach mal hinsetzen müssen und die Gelegenheit auch bekommen, in der Opposition sich neu zu erfinden. Also ich würde nicht sagen, wir sind über die hergezogen, sondern wir haben schon deutliche Kritik geübt, aber das haben wir getan, aber nicht um die zu verletzen, sondern weil einfach unglaublich viele Fails passiert sind. Und das ist während des Bundestagswahlkampfs nur so halb hochgepoppt. Also wir haben in der Lage ziemlich Klartext geredet, parteiintern, aber natürlich gilt dann immer so das Gebot der Solidarität. Da übt man dann nur allenfalls Verhaltenkritik, aber jetzt bricht sich der ganze Frust der SPD-Basis Bahn. Also das ist wirklich bemerkenswert, was da passiert auf Twitter, was da so alles geblockt wird und teilweise auch, was dann bei uns so ankommt als DMs auf Twitter oder per E-Mail oder auch im Blog oder so. Also ein weiter so kann es eigentlich bei der SPD nicht geben, sondern das ist genau wie du sagst, Philipp, das ist jetzt ein Moment, der die Partei zutiefst durchrüttelt. Und jetzt müssen sie sich eben einfach mal Gedanken darüber machen, was denn eigentlich sozialdemokratische Politik für das 21. Jahrhundert ist. Ja und das Bizarre ist ja, dass Martin Schulz die beste Rede gehalten hat, als er die weiße Fahne gehisst hat. Genau, er hat zwei super Reden gehalten am Wahlabend. Einmal im Willy-Brandt-Haus und dann später nochmal in der Elefantenrunde. Mit einmal fängt er an, Angela Merkel anzukreifen. Einmal wird einem so ein bisschen am Horizont, was die SPD anders machen könnte und was sie anders aussehen lassen könnte als die CDU. Kommt ein bisschen spät. Kommt ein bisschen spät. Aber vielleicht auch nicht zu spät. Ich meine, wenn sie jetzt das wirklich schaffen, da so ein Profil zu schärfen und wenn er noch ein bisschen dabei bleibt, und ich weiß ja nicht genau, wie lange er es noch macht. Das ist die spannende Frage. Also jedenfalls vor der Niedersachsenwahl wird er sicherlich nicht abgelöst werden. Und es gibt allerdings jetzt schon eine ganze Reihe von eher strukturkonservativen Personalentscheidungen bei der SPD. Andrea Nahles soll den Fraktionsvorsitz übernehmen von Thomas Oppermann. Die ist aber jetzt natürlich, wie soll ich sagen, noch nicht zur alten Garde, aber auch schon Ende 40. Das heißt also ein richtiger junger Hüpfer ist das jetzt auch nicht mehr. Sie war auch schon Ministerin, das heißt also wie soll ich sagen, in der großen Koalition, das heißt so ein richtiger Hoffnungsträger, eine Frau quasi des Neuanfangs ist sie sicherlich nicht. Aber auf der einen Seite brauchst du auch so einen Posten, so einen Fraktionschef, der halt auch viel organisiert und Truppen zusammenhalten muss und so politisch auch erfahren sein muss. Da brauchst du schon auch jemand, der jetzt nicht völlig frisch aus der Wiese stehen kann. Na gut, jetzt steht ihr noch zur Seite als parlamentarischer Geschäftsführer Carsten Schneider. Der ist jetzt nominiert worden, das ist glaube ich noch nicht durch die Wahl. Und als drittes soll Hubertus Heil, Generalsekretär, bleiben, der auch die Endphase des Wahlkampfs gemanagt hat. Und da muss man halt sagen, das sind alles Männer von gestern. Das sind alles Männer, die seit Gerhard Schröder, also natürlich Andrea Mahl, das ist kein Mann. Aber die Männer, die ich gerade genannt habe, sind alles Männer, die schon seit Gerhard Schröder Spitzenfunktionen bekleiden bei der SPD und die alle überhaupt nicht dafür stehen, vielleicht mal Dinge etwas neu anzugehen. Die insbesondere auch immer die Agenda 2010 Politik mitgetragen haben. Das heißt also, das sehe ich persönlich mit einiger Sorge. So wird das jedenfalls nichts mit dem Neuanfang und da spürt man auch, dass es an der Basis eben enorm rumort. Wie gesagt, wir bekommen das mit, ich persönlich kriege auch solche Botschaften gesandt und ja, dabei gäbe es ja durchaus junge Hoffnungsträger in der SPD. Also Katharina Barley zum Beispiel, die hat ja als Generalsekretärin, denke ich, eine recht gute Figur gemacht. Obwohl sie da ziemlich, sagen wir mal, nicht sehr sichtbar war. War nicht sehr sichtbar, das ist wahr. Das war nicht sehr sichtbar, aber hat, glaube ich, hinter den Kulissen gute Arbeit gemacht und sie ist vor allem sehr intelligent und eben relativ neu noch. Und es gibt natürlich auch richtig junge Leute bei der SPD. Also nehmen wir zum Beispiel die Juso-Chefin, Johanna Ueckermann aus Bayern. Aber die ist ja nicht mal in den Bundestag gekommen. Bingo. Die Partei hat es also allen Ernstes geschafft, sie in Bayern auf einen aussichtslosen Listenplatz zu stecken. 26, glaube ich. Genau, als Juso-Vorsitzende. Das heißt also, wenn man nicht mal als Juso-Vorsitzende ein halbwegs sicheres Ticket für den Bundestag bekommt, dann sagt das eine Menge aus. Und da bin ich wirklich gespannt, ob dieses Erdbeben jetzt reicht. Philipp, ich teile deine Hoffnung und ich glaube, dass es das dringend braucht bei der SPD. So geht es überhaupt nicht weiter, aber ich bin etwas skeptisch. Ich hoffe, dass diese restaurativen Tendenzen jetzt nur der Niedersachsen-Wahl geschuldet sind. Dass man jetzt sagt, okay, bis zum 15.10. machen wir jetzt erstmal mit den alten Leuten weiter und dann starten wir den Veränderungsprozess. Insgesamt auch so für die Union ist es jetzt auch nicht einfach. Also das mit der CSU, das haben wir ja gesagt, was da so für interne Querelen hochkommen werden. Aber auch für Merkel ist es international, wird es nicht so einfach. Also die steht national irgendwie unsicher da. Ja, es ist klar, also ich denke, es ist klar, dass es ihre letzte Legislatur ist, ihre letzte Kanzlerschaft. Also da, glaube ich, geht keiner ernst davon aus, dass sie nochmal antreten wird. Nein, immerwählen wir uns, wie lange hat sie sich bitten lassen, um überhaupt nochmal anzutreten. So, na genau, sie hat sich überreden lassen, also das wird sie nicht nochmal machen. Viele sagen, sie wird nach der Hälfte der Legislatur abtreten, wenn irgendwie klar sein könnte, wer ihr da nachfolgen kann. Und sich dann zum Bundeskanzler, Bundeskanzlerin wählen lassen könnte. Ursula von der Leyen ist da im Spiel. Also sie muss viel machen, sie muss da mit den USA dieses transatlantische Bündnis schmieden, sie muss in der EU diese ganzen Wiesegard-Staaten, Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei irgendwie mit reinholen und sie an ihre Pflichten erinnern und diese Flüchtlingsfrage klären und so. Also da hat sie viel vor der Brust, der Brexit kommt und das alles muss sie machen, wo sie zu Hause jetzt nicht mehr die Ruhe hat, wie die letzten vier Jahre zumindest, was so ihr politisches Zuhause angeht. Die letzten vier Jahre waren auch nicht ruhig, 2015, aber trotzdem war das vergleichsweise stabil und berechenbar. Ich bin sehr gespannt. Vergleichsweise verglichen jetzt mit dem, was da jetzt kommen mag in Sachen Jamaika. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt, aber du hast es ja denke ich sehr schön gesagt, auf der internationalen Bühne wird Merkel gebraucht. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Artikel der New York Times anschaut, da reden die völlig selbstverständlich von der de facto Chefin von Europa. Zum Leidwesen natürlich unserer europäischen Freundinnen und Freunde, aber de facto ist das einfach so. Sie ist also vielleicht neben Jean-Claude Juncker das zweite Zugpferd der Europäischen Union und da kann man schon sehr gespannt sein, wie weit sie das noch schaffen wird. Also insofern, das ist diese Bildung der Jamaika-Koalition auch auf der internationalen Bühne wirklich einfach eine spannende Zeit. Ich bin wirklich gespannt und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz persönlich, ich bin jetzt gar nicht so unglücklich mit dem Ausgang der Bundestagswahl. Also insbesondere für die SPD finde ich das eine große Chance, durchstarten und sich erneuern. Das Einzige, was natürlich eine echte Katastrophe ist und das war jetzt eine kleine Überleitung, die glaube ich funktioniert, ist das Ergebnis für die AfD. Ja, genau. Ja, das ist halt skeptisch, ne? Ja, mit den Überleitungen. Aber diesmal hat es funktioniert. Genau, hast du gut gemacht. Das war, fing gut an und hatte gut auf. Nein, also kommen wir zu dem, was der Spiegel als, glaube ich, sinngemäß Merkels Ernte oder Merkels Früchte beschrieben hat, nämlich die AfD. Also dieser nicht überraschende, aber doch erhebliche Erfolg der AfD mit knapp 13 Prozent in den Bundestag eingezogen. Das sind viele Millionen Wähler, wie viele haben wir? 5,8 Millionen Wähler. 5,8 Millionen Menschen. Davon sind gut drei quasi jetzt dazugekommen, die hatten ja auch bei der letzten Wahl schon eine Menge, eine Million Wähler und da sind jetzt nochmal 3, irgendwas dazugekommen. Eine Million, knapp eine Million von der Union, gut eine Million Nichtwähler, also die bei der letzten Wahl nicht gewählt haben, haben jetzt die AfD gewählt. Mehr, überdurchschnittlich viele Arbeitslose und, sagen wir mal, unsichere, überdurchschnittlich viele Männer zwischen 25 und 59, überdurchschnittlich viele Arbeiter, also von den Arbeitern und Arbeitslosen haben die AfD gut 20 Prozent gewählt. Das ist bei der SPD noch ein bisschen mehr, aber das ist schon so die Basis von der AfD gewesen. Aber wenn das natürlich, das haben wir auch gesehen, darüber weit hinaus geht, also höhere Bildungsschichten, Professoren, Hochschulabschluss und so, auch gut verdienende Mittelschichtsleute, das haben wir alle schon besprochen, sind mit dabei und das hat sich halt bei dieser Wahl auch wieder gezeigt. Was ich interessant fand war, und das habe ich mir gleich sozusagen, da haben Wahlabend in unser Pad getippt, ich fand eine Zahl besonders interessant, die Infratest-DiMap-Aroma, das ist so ein Umfrageinstitut, die fragen ja Leute, die Leute, wenn sie aus dem Wahllokal kommen, hey, was habt ihr gewählt, warum habt ihr gewählt und warum habt ihr die gewählt? Und die haben gefragt, warum habt ihr die AfD gewählt? Also unter denen, die die AfD gewählt haben, haben gesagt, 60 Prozent, 61 Prozent glaube ich waren es genau, wir haben die AfD gewählt, nicht wegen des Programms, nicht wegen der Inhalte, sondern aus Protest gegen die anderen Parteien, aus Unzufriedenheit mit den anderen Parteien. Und 31 Prozent haben quasi gesagt, ja wir haben es gewählt, weil wir mit dem Programm so übereinstimmen. Und das finde ich zeigt schon, dass das nicht ganz ungerechtfertigt ist zu sagen, die große Koalition, speziell Merkel mit ihrer Art Politik zu machen, hat erheblich dazu beigetragen, die AfD so groß zu machen. Das kann man nicht anders sagen, denn das, denke ich, zeigt sich auch sehr deutlich an einer weiteren Zahl jetzt aus diesen Nachwahlbefragungen, nämlich 90 Prozent der Wählerinnen und Wähler, die ihr Kreuzchen bei der AfD gemacht haben, sagen, ich mache mir Sorgen um den Verlust der deutschen Kultur, sagt der Spiegel. Ja genau und das ist ja so ein bisschen, das ist ja auch, wir haben ja öfter über die AfD schon geredet und da sind bei uns auch im Blog so ein, zwei Kommentare aufgeschlagen, die, sagen wir mal, wo die Leute sich schon als, könnte ich sagen, potenzielle zumindest AfD-Wähler geäußert haben, aber nicht in dem bekannten Maß mit Polemik und Hass und Hastiraden, sondern eher in so einem, ich würde mal sagen, so leicht nachdenklichen Ton. Nachdenklich und wirklich sehr besorgt bis wirklich verängstigt, so würde ich es formulieren. Die haben lange Kommentare und auch lange Mails geschrieben und haben wirklich ausgeführt, warum sie solche Angst haben, ihre Heimat zu verlieren. Ich paraphrasiere das jetzt mal so, ich kann das nicht so nachvollziehen. Ihre emotionale Heimat, aber ihre emotionale Heimat und mit all diesen Fremden und dieser Globalisierung und dieser internationalen Elite, die gar nicht sich durch Geld unbedingt definiert, sondern alle sprechen Englisch, alle gucken diese Serien, wo fühlt man sich eigentlich noch zu Hause, alles ist unsicher, Globalisierung hier und da. Und das haben die sehr ausführlich beschrieben und ich glaube, von diesen Leuten haben eben auch sehr, sehr viele AfD gewählt, die sich durch Globalisierung und Zuwanderung und neue Leute in ihrem Ort und diese ganzen Medien und so und nicht mehr repräsentiert fühlen, Angst haben, sich zurückziehen und dann da so eine Partei kommt und die diese Ängste nutzt und eben instrumentalisiert und in Stimmen ummünzt. Das sind natürlich, da muss man auch keinen Hehl draus machen, also von den 30 Prozent, also diese 30 Prozent, die sich da mit dem Programm tatsächlich identifizieren, da sind glaube ich auch ein paar richtig stramme Rechtsradikale dabei. Also ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist, aber da muss man sich auch keine Illusionen machen. Nein, das denke ich auch, das sieht man ja schon daran, dass die AfD gerade in der Endphase des Wahlkampfs ganz bewusst auch in diese Richtung Wahlkampf gemacht hat. Wir hatten in der vergangenen Folge ja so einen O-Ton von Herrn Gauland und ich weiß nicht, Philipp, hast du dir gerade bereit? Denn Herr Gauland hat im Prinzip in seinem ersten Statement nach der Bekanntgabe der ersten Prognosen nochmal in die genau gleiche Kerbe geschlagen. Wir werden sie jagen, wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Ja, das hat er gesagt, als er halt da in der AfD-Zentrale das Wahlergebnis kommentiert hat. Das ist der Ton und wir haben das jetzt, ich finde es nicht wahnsinnig überraschend, nach vier Jahren GroKo, das war von vornherein klar, die Große Koalition ist immer schlecht und immer gut für sozusagen den Aufstieg von radikalen Parteien und das erleben wir jetzt. Das erleben wir eben so. Und ich meine, die Leute, wir haben da schon oft drüber gelesen, die haben Angst, die haben Angst vor Kriminalität, die haben Angst vor Flüchtlingen und das hat diese Partei eben umzumünzen gewusst, verstanden. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, finde ich, das Zentrale, wie geht man damit um? Also A, wie geht man mit diesen Gefühlen um, die, finde ich, zweifelsohne da sind. Also das nehme ich diesen Leuten ab. Ich teile nicht ihre Reaktion, ich teile auch nicht die Folgen, wie sie mit ihrer Angst umgehen, ich teile auch nicht den Ausweg, den sie suchen, ich teile nicht die Maßnahmen, die sie ergreifen, diese Partei zu wählen, aber ich nehme diesen, wie viel, knapp sechs Millionen Leuten schon ab, dass sie wütend sind und dass viele Angst haben. Ja, und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo man den Menschen so ein Stück weit entgegenkommen muss. Also ich finde, man muss jetzt nicht als Demokrat hingehen und sagen, wir billigen, dass ihr AfD wählt. Ich glaube, das ist angesichts der Positionen, die in diesem AfD-Kanon auch vertreten werden, das sind ja nicht alle verfassungsfeindlich, aber eben doch viele. Und angesichts dieser Position, denke ich, ist es nicht hinnehmbar zu sagen, okay, dass ihr AfD wählt. Ich glaube, da muss man einfach deutlich sagen, damit kann man sich nie abfinden, dass, wie das Bert Brecht mal so schön gesagt hat, der Schoß noch fruchtbar ist, aus dem das kroch. Das sagte Bert Brecht mal in Bezug auf die Nationalsozialisten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo er der Meinung war, der Faschismus in Deutschland ist eben noch lange nicht überwunden. Wir hatten seit 1961 eben keine Rechtsradikalen, jedenfalls nicht als Partei im Parlament und nun sind sie wieder da. Und das ist ehrlich gesagt etwas, wo man auf gar keinen Fall, aus meiner Sicht jedenfalls, zur Tagesordnung übergehen muss. Aber man muss die Menschen persönlich ernst nehmen mit ihren Sorgen, man muss einfach hingehen und… Aber das ist zum Beispiel ein Floskel, da haben wir doch ein Vorgespräch auch schon. Ja, lass mich das mal kurz auswählen, dass ich damit sage. Genau, mach mal. Ich denke, man muss sie insofern ernst nehmen, dass man halt sagt, wie du, das ist im Grunde das, was du gesagt hast, Philipp, die Leute haben diese Angst, die haben diese Sorgen und das muss man doch zunächst mal einfach wahrnehmen. Und ich habe so den Eindruck, dass Angela Merkel zum Beispiel mit ihrer Flüchtlingspolitik das schlicht ignoriert hat. Die hat an sich hingestellt und gesagt, wir schaffen das und ihr habt Angst, euer Problem. Ist nicht mein Thema, ist nicht mein Problem, wir schaffen das und sie hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, den Menschen zu erklären, wie wir denn das eigentlich schaffen. Deswegen meine ich, man muss die Menschen ernst nehmen mit ihren Sorgen und man muss einfach die Politik, die man macht, erklären. Das bedeutet ja nicht, dass man diese völlig irrationalen Denkmuster kauft, dass man hin nimmt, dass die Menschen sagen, okay, es kommen Flüchtlinge ins Land, deswegen kriege ich weniger Hartz IV oder so. So ist es ja nicht. Aber man muss diese Sorgen ernst nehmen und man muss einfach versuchen, sie da abzuholen, wo sie sind und Politik besser zu erklären. Ich glaube, was wir uns völlig abgewöhnen müssen in der Politik, das ist das Wort alternativlos. Ich will im politischen Diskurs das Wort alternativlos nicht mehr hören. Jede politische Entscheidung muss erklärt werden, da muss man ja nicht diese Erklärung teilen. Man kann ja anderer Meinung sein, aber man kann sich nicht so wie Angela Merkel allzu oft hinstellen und sagen, so ist es jetzt, frisst oder stirbt. Geht nicht anders. Es gibt keine andere Option, es gibt eine andere Option, die gefällt einem vielleicht nicht, die ist im Zweifel rechtsradikal, ausländerfeindlich, rassistisch. Oder vielleicht auch verfassungswidrig oder europalichtswidrig, was auch immer, aber da muss man drüber reden. Ja, dann kann man nicht sagen, gibt es nicht, interessiert uns nicht. Also ich habe zum Beispiel eine Sache, die mir so auffiel, die Bundesregierung hat Anfang des Jahres erklärt, im Finanzministerium glaube ich oder Innenministerium, weiß ich nicht, Bericht rausgegeben, diese Integration der Flüchtlinge hat bzw. diese Integration und auch Behandlung von Fluchtursachen etc. hat 21,7 Milliarden Euro gekostet in 2016. 21,7 Milliarden, das ist eine Menge Geld. Und soll auch in 2017 ähnlicher, ein bisschen mehr Kostenbetrag ist im Haushalt veranschlagt. Da würde ich sagen, da kann man mal drüber reden. Das ist eine Summe, wenn du dir vor Augen hältst, Institut für Urbanistik schätzt, dass die Schulen in Deutschland für 34 Quietschmilliarden komplett saniert werden könnten. In der Worten, zwei Drittel der Kohle geben wir zurzeit aus. Da finde ich, kann man mal drüber diskutieren, wofür geben wir eigentlich dieses Geld aus. 10 Milliarden ging an die Länder, für Integrationshilfen 1,2, 1,5, für Sprachkurse, Integration, Mietbeihilfen etc. Auch ein großer Batzen für Bekämpfung von Fluchtursachen, das ist da auch mit drin und so. Aber da muss man eben drüber reden. Und der Witz ist ja gerade, wenn man darüber redet, dann kann man nämlich auch erklären, wofür das Geld ausgegeben wird und wo es bleibt. Es ist ja jetzt nicht so, dass etwa geflüchtete Menschen dieses Geld irgendwie im Kopfkissen horten und dann irgendwann tausende von Euro ereignen. Ganz im Gegenteil. Die sind ja finanziell so schlecht dran, dass sie das Geld quasi sofort ausgeben. Das heißt also, das Geld wird zwar zunächst mal an Geflüchtete ausgezahlt, Klammer auf, wenn sie nicht ohnehin nur Sachleistungen bekommen, Klammer zu. Dann aber wird es ja letztlich vor Ort ausgegeben, stärkt die lokale Wirtschaft. Es geht im Grunde in die Kassen der örtlichen Supermärkte, Ärzte, keine Ahnung, Schwimmbäder, Busunternehmen, weiß der Himmel, weiß der so alles vor Ort. Vor Ort ist es im Grunde einfach ein Subventionierungsprogramm für die lokale Wirtschaft. Denkst du dir nicht aus, sagt auch das DEW, Wirtschaftsforschung, so ist im Prinzip auch ein großes Konjunkturprogramm. Das ist, finde ich, so ein Beispiel, wo man sagen muss, und das finde ich auch das Gute an dieser Wahl, sagen wir mal so, die demokratischen Parteien und die Vertreter kommen in Rechtfertigungszwang. Sie müssen sich erklären, sie müssen ihre Politik erklären, sie müssen sich selber viel klarer machen, was wollen wir, warum wollen wir das. Und sie können nicht einfach so tun, als gäbe es keine Probleme und gäbe es keine Alternativen mehr, sondern das müssen sie erklären, sie müssen es auseinandernehmen, sie müssen sich argumentativ besser aufstellen. Ja und diese Basta-Politik, die ist in Deutschland einfach zutiefst diskreditiert. Die hat schon Gerd Schröder durchgezogen damals bei der Agenda 2010 und das hat die SPD damals schon enorme Stimmen gekostet. Das hat bis heute zu massiven Hass auf die Sozialdemokraten geführt in manchen Kreisen der Bevölkerung. Also das funktioniert einfach nicht. Basta und alternativlos, das muss man sich völlig abschmecken. Gut, nächster Punkt, Umgang mit der AfD. Hier steht bei uns im Pet AfD-Gedankenstrich Panik. Ja, also ich möchte mal ein paar Starkworte nennen, jenseits der Ideologie, die haben wir gerade schon besprochen, warum das jetzt eigentlich so ein Problem ist, dass die AfD im Bundestag angekommen ist. Also es gibt mehrere. Das eine ist, bevor du zu dem was sagst, was du dir aufgeschrieben hast, das eine ist sicherlich, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Sprache. Wir müssen uns darauf einrichten, dass durch die Präsenz von, was sind das, 94 AfD-Abgeordneten plus diverser Mitarbeiter eine massiv radikalisierte und spaltende Sprache Einzug halten wird. Ja, weil die verbale Provokation quasi der Daseinsgrund quasi der AfD ist. Und das wird jetzt eben im Bundestag passieren. Und das wird im Bundestag passieren. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Man darf sich, glaube ich, und das ist ein großer Spagat, der gemacht werden muss, man darf da nicht alles hinnehmen, man darf sich aber auch nicht über alles maßlos aufregen, weil viele dieser radikalen Sprachmuster nur deshalb verwendet werden, damit wir uns drüber aufregen. Genau, man geht ja auf den Leim. Man darf es aber auch nicht komplett ignorieren, man darf nicht jeden Mist hinnehmen, den die formulieren. Das ist der Spagat. Der zweite Spagat ist, du darfst dich nicht provozieren lassen, du brauchst eine Haltung, mit der du sagst, ich lasse mich von euch nicht verarschen, ich lasse mich von euch aber auch nicht beleidigen. So wichtig seid ihr nicht. Ich meine, mich beschimpfen auch Hörer als Hilfsnazi und Kapo und was nicht alles. Jetzt für deine Deutschlandfunk. Ja, für den Deutschlandfunk. Da kriegst du Mails und sagst, du bist ein Hilfsnazi, Leute wie du haben die Nazis mit an die Macht gebracht und so. Und dann schreibt mir die Rechtsabteilung hier, das ist doch Beleidigung. Und dann sag ich, wirklich? Beleidigung? Das ist doch keine Beleidigung. Also wir haben diesen Art Gehler aus Sachsen übrigens auch nicht angezeigt. Und von solchen Leuten kann man sagen, das ist doch keine Beleidigung. Weißt du, die tun einem leid und man muss da, man muss einfach Haltung sagen und inhaltlich gegen diese Leute argumentieren. Ich finde, der Typ von der FAZ, der macht das gut. Die haben so einen FAZ-Reporter. Und der macht geile Interviews mit denen. Der fragt die einfach immer, okay, wie ist denn das mit der Rente? Wie wollen sie das denn eigentlich machen mit dem demografischen Faktor? Wie stellen sie sich das denn vor? Wie wollen sie das machen? Und dann vertüdeln die sich und es wird immer klar, inhaltlich ist da nicht viel zu hoch. Gibt wohl irgendwie ein Problem mit dem Stream. Ja, dachte ich mir. Aber so ist das halt. Ich meine, weißt du, genau, warte mal. Ja, das ist der USB-Treiber von Mac. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte den, wir hatten ja angekündigt, aber letztlich. Ja, wir hatten den angekündigt, aber weißt du, ist halt USB. Alternativlos. In dem Fall können wir wirklich nichts machen. Also ich könnte rebooten, aber das wünsche ich keinem. Nee, das wollen wir jetzt nicht. Okay, also jedenfalls den Punkt haben wir jetzt ja auch gemacht. Wie geht man mit der AfD inhaltlich um? Ich möchte aber schon nochmal darauf hinweisen, was das jetzt eigentlich konkret bedeutet, dass die mit einer Fraktion in den Bundestag einziehen mit 94 MDBs. Die bekommen nämlich zunächst mal alle 5.800 Euro Diäten, das sind jetzt gerundete Zahlen und weitere 4.300 Euro Aufwandsentschädigungen. Das sind alles in allem rund 10.000 Euro. Das heißt, jeder einzelne dieser 94 MDBs bekommt 10.000 Euro, die er ausgeben kann. Unter anderem natürlich, um irgendwelche rechten Netzwerke zu stärken. Danach bekommt er nochmal weitere, haltet euch fest und schneidet euch an, 20.800 Euro Kohle jeden Monat, um Mitarbeiter einzuschreiben. Each. Jeder. Jeder dieser 94. Das sind also etwa zwei Millionen Euro jeden Monat, um irgendwelche Jungnazis als Mitarbeiter im Bundestag zu beschäftigen. Und das muss man halt einfach mal sagen, ist eine große Gießkanne, um rechtsradikale Strukturen in Deutschland zu fördern. Das heißt also, es wird hunderte von Mitarbeitern im Bundestag geben, die eine Menge Geld damit verdienen, irgendwelche rechtsradikalen Thesen halbwegs in Form zu bringen und daraus irgendwelche ausländerfeindlichen Anträge zu machen. Ja, die werden die ganze Klaviatur dieser parlamentarischen Republik spielen. Die werden parlamentarische Abende machen, die werden Reisen veranstalten, die werden Vorträge, Konferenzen, Kongresse veranstalten, die werden Leute anstellen. Völkische Urlaubsreisen, AfD-Tours irgendwie, keine Ahnung, zu den Schlachtfeldern in Russland oder was immer man da so macht. Also keine Ahnung, also das wird alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Ja, denn das ist einfach unglaublich viel Geld und mit diesem Geld lassen sich Strukturen aufbauen. Vermutlich, keine Ahnung, vielleicht richten die auch so eine schöne politische Stiftung ein, ja, sowas wie die Ebert Stiftung oder so. Keine Ahnung, wie man die dann nennt, irgendwie Josef Goebbels Stiftung oder ich hab keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich böse Polemik, ja, aber irgendeine politische Stiftung werden sie schon gründen, wenn sie nicht schon längst eine haben. Also das ist das ganz große Problem, dass diese Wahl natürlich der AfD die einmalige Chance gibt, eine rechtsradikale Partei in der Gesellschaft in Deutschland zu verankern. Die machen mit bei Bundesrichterwahlen. Ich meine, die Stimmen der AfD werden nicht erforderlich sein, um Richter zu wählen zum Bundesgerichtshof zum Beispiel oder auch zum Bundesverfassungsgericht, aber natürlich sitzen die mit am Tisch und haben Einfluss. Die kennen dann die Personalakten der ganzen Kandidaten und so. Das ist schon eine ziemlich gruselige Frage. Ja, aber trotzdem muss man nochmal daran erinnern, 60 Prozent haben sie aus Protest gewählt. Gauland und Weibel, die Spitzenkandidaten, haben bei der Wahlentscheidung keine große Rolle gespielt. Und ich glaube, wenn am Ende sozusagen die anderen Parteien, die demokratischen Parteien, sagen wir mal, irgendwie eine Antwort auf diese AfD finden, ja, dann wird sie auch das Netzwerk davor nicht bewahren, abgewählt zu werden. Das kann man nur hoffen. Aber natürlich ist so ein Netzwerk auch ein Resonanzraum. Und schon in diesem Wahlkampf hat die AfD ja extrem geschickt, zum Beispiel, soziale Netzwerke, vor allem Facebook für ihre Zwecke eingesetzt. Und mit diesem vielen Geld kann man natürlich Strukturen schaffen, die es in Zukunft umso schwerer machen, die AfD mit demokratischen Mitteln wieder aus den Parlamenten zu bekommen. Also ich denke, das wird eine der ganz zentralen Aufgaben sein, sie in den nächsten Jahren mit demokratischen Mitteln zu bekämpfen. Eine Zahl allerdings macht Hoffnung. 87 Prozent der Menschen in Deutschland haben die AfD nicht gewählt. Das ist ja immerhin noch eine überwältigende Mehrheit, die dieser Partei nicht ihre Stimme gegeben hat. Und ja, aber trotzdem bleibt, finde ich, die Frage, jetzt sind die da. Die Netzwerke, hast du erzählt, wie viel Geld da jetzt reinfließt in diese Strukturen. Wir kennen viele der Protagonisten. Ja, wir haben so ein paar, haben wir mal rausgeschrieben. Genau, das geht übrigens zurück auf eine Diskussion bei uns in den Kommentaren. Also ich hatte ja in der vergangenen Folge mal, ich weiß nicht mehr genau, ob die AfD als Partei oder einzelne Mitglieder als Nazis bezeichnet. Und da gab es, wie ich fand, sehr fundierte Kritik bei uns im Blog. Die habe ich mir auch zu eigen gemacht. Und ich denke in der Tat, das ist eine Sprachregelung, die ungeschickt ist, insbesondere deswegen, weil sie die Zeit von 1933 bis 1945 auch so ein Stückchen relativiert. Wenn man also sich überlegt, welche Gräueltaten damals begangen wurden, ganz so krass ist es noch nicht. Aber es reicht ja auch völlig davon zu sprechen, dass es einfach Rechtsextreme sind, jedenfalls in Teilen, die da in die Bundestagsfraktion einziehen. Philipp, du hast das mal so ein bisschen zusammengestellt. Ja, naja, gut, der Tagesspiegel hat das auch mal, daher habe ich das, der hat das recherchiert, was da für Leute einziehen. Also das sind wirklich Leute, die mit der identitären Bewegung, sagen wir mal, freundschaftlich verbunden sind, die halt vor Mischvölkern, vor der Herstellung von Mischvölkern waren, die halt wie Gauland diese 1933 bis 1945 am liebsten quasi streichen würden und so tun würden, als sei das alles nie passiert. Die halt die Wehrmacht huldigen, eine Armee, die vor allem für ihre Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bekannt sind. Also davon gibt es nicht nur zwei, die immer diesen jetzt in den Bundestag einziehen. Die Frage, was aber gleichzeitig auch klar ist, da ziehen ein paar echt rechtsradikale, völkische Rassisten rein. Ich glaube aber nicht, dass wirklich alle so ticken und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein paar gibt, die tatsächlich inhaltlich arbeiten wollen. Und die Frage ist, was macht man mit denen? Also jetzt sich hinzustellen zum Beispiel zu sagen, hey, ihr kriegt keinen Vizepräsidenten, wäre so eine Möglichkeit. Also Bundestagsvizepräsidenten. Bundestagsvizepräsidenten. Also es ist ja so Usus, dass bisher jede Fraktion einen Vizepräsidenten, Vizepräsidenten stellen hält, aber jeder davon muss mit der Mehrheit der Abgeordneten gewählt werden. Das heißt, es ist immer so ein bisschen Goodwill dabei. Wenn die Linke einen Vizepräsidenten kriegt, dann müssen auch Mitglieder von anderen Fraktionen dem zustimmen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, die AfD wird natürlich auch einen Vizepräsidenten stellen wollen für den Bundestag. So, da müssten dann Mitglieder der anderen Fraktionen zustimmen, damit das so kommt. Gut, aber ich meine, da müssen wir an der Stelle vielleicht noch ganz kurz so die aktuellen Entwicklungen rund um die AfD und ihre Fraktionsbildung nachtragen. Denn da hat es ja gleich am Montag einen Paukenschlag gegeben. Da hat nämlich die AfD zu einer Pressekonferenz in der Bundespressekonferenz geladen. Ja, an der Stelle vielleicht mal ganz kurz der Einschub. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Journalisten. Das heißt, die Politikerinnen und Politiker sind da zu Gast. Journalisten laden ein und dann dürfen die Politiker eben was sagen. Und so hatte auch die AfD da einen großen Auftritt, unter anderem mit Frauke Petry. Und sie hat bei dieser Gelegenheit in der Bundespressekonferenz verkündet, dass sie sich nicht der AfD-Fraktion anschließen wird. Ja, und das muss man halt auseinanderhalten. Also Frauke Petry wurde gewählt. Als Direktkandidatin? Als Direktkandidatin da in Sachsen. 37 Prozent. 37 Prozent, das waren Zweitstimmen. Ich weiß nicht, hat sie Erststimmen auch so viel gekriegt für sie? Weiß ich jetzt. Das heißt, sie sitzt im Parlament. So, jetzt ist sie aus der AfD auch ausgetreten. Aus der Partei, einen Tag später. Das hat sie heute gemacht. Genau, sie ist erst aus der Fraktion ausgetreten. Oder ihr Absicht, noch ist es nicht passiert. Noch ist es nicht passiert, aber sie will ausgehen. Das heißt, sie ist gewählt im Parlament. Das kann ihr keiner nehmen. Wenn sie selber nicht das Mandat niederlegt, ist sie Abgeordnete im Parlament. Sie ist, wenn sie jetzt noch Parteimitglied der AfD ist, ist sie im Parlament als Parteimitglied und Vorsitzende der AfD. Aber wenn sie aus der Fraktion austritt, ist sie halt fraktionslose Abgeordnete in diesem Parlament. Das heißt erstmal, dass sie nicht mehr an diesen Sitzungen teilnimmt, dass sie da natürlich auch nicht an diesen Fraktionszwang gebunden ist. Also in den Szenarsitzungen nimmt sie schon teil. Aber nicht an den Fraktionssitzungen. Genau. So, und wenn sie jetzt sagt, ich trete aus der Partei aus und das auch wirklich tut, dann ist sie eben parteilose Abgeordnete direkt gewählt im Parlament. Genau, und jetzt ist die interessante Frage, was sie macht. Warum macht sie das? Genau, warum macht sie das? Warum macht sie das? Also sie hat gesagt, dass sie sich abgrenzen will von der AfD, von der sie denkt, dass sie inzwischen einfach zu sehr abgleitet ins völkische bis rechtsradikale. Und sie möchte eine rechtskonservative, aber eben nicht völkische und vor allem demokratische, nicht ausländerfeindliche Oppositionsarbeit haben. Wobei sie ja gesagt hat, man müsste das Wort völkisch wieder rehabilitieren. Und sie hat auch gesagt, man müsste auf Flüchtlinge an der Grenze schießen. Also dieses Bild war auch nicht so gemeint wahrscheinlich. Alles nur ein Missverständnis. Wir wollen nur auf Flüchtlinge schießen, aber nicht auf Flüchtlinge schießen. Da hat sie doch hinterher gesagt, sie habe nur auf die Rechtslage hingewiesen, wonach das Gesetz oder die Anwendung unmittelbaren Zwanges bis hin zum Einsatz der Schusswaffe erlaubt. Auch ein Muster, was wir wieder sehen werden. Ja, krasse Provokationen, menschenfeindliche Provokationen. Darauf angesprochen heißt es, dass Einzelfall ist nur eine Einzelmeinung und war auch gar nicht so gemeint, war missverstanden und so. Das werden wir auch öfter erleben, aber warum macht sie das? So, sie will sich sozusagen gegen diese Hardcore-Leute wie Garland und Weibel absetzen, nimmt sich aus der Fraktion raus und könnte jetzt, das wäre so eine Möglichkeit, eine entweder eigene Fraktion gründen. Dafür braucht sie aber sehr viele Leute. Dafür braucht sie 30, Quitsch irgendwie. 36. 36 Leute, um eine eigene Fraktion zu gründen. Eine eigene Fraktion bedeutet, du hast bestimmte Rechte. Du kannst irgendwie, du kriegst mehr Redezeit, du kannst glaube ich Gesetze einbringen, kannst du Gesetze vorschlagen, genau, als Fraktion. Du kriegst auch mehr Geld, glaube ich. Sie kann aber, wenn sie keine 36 Leute zusammenkriegt, die da im Parlament sitzen, was eher unwahrscheinlich ist, kann sie eine Gruppe gründen. Ja, das ist so ein bisschen die Frage mit den 36 Leuten. Also wie gesagt, es gibt 94 AfD-Abgeordnete und die Frage ist jetzt halt, wie viele von diesen 94 Leuten gehören zu diesem, ich sag mal, Gauland-Höcke-Rechtsradikalenflügel und wie viele gehören zum Moderat-Konservativen. Ja, ich sag mal, knapp rechts der CDU oder meilenweit rechts der CDU. Das ist so die Spannbreite und das ist, finde ich, die spannende Frage, wie viele Menschen jetzt zu welcher Gruppe gehören. Ich habe gelesen, ich glaube im Spiegel war es, dass die Verteilung etwa ein Drittel gemäßigte, zwei Drittel Hardcore-Rechts. Wie immer man das auch misst. Wie immer man das auch misst. Das ist so eine Schätzung. Und wenn man sich das mal überlegt, also ein Drittel von den 94 wären so 33, so roughly oder 31. Also 31, das ist ein bisschen schwierig, aber mit etwas Glück kriegt sie die 36 Leute zusammen. Ja, also ich meine, man kann die Leute dann ja auch locken, indem man sagt, hey, wir machen hier eine neue Fraktion auf und da wirst du dann mit einmal irgendwas und in der AfD-Fraktion wärst du nur Hinterbänkler. Ja, du kriegst hier mehr Einfluss bei uns und so. Also da gibt es ja auch alle möglichen politischen Tauschgeschäfte. War das nicht in Baden-Württemberg auch schon mal so, dass das so sich bedeutet hat? Ja, da hat sich die AfD-Fraktion ja gespeilt. Malten so. Da hat sie sich gespeilt. Also das steht hier auch im Raum und sie könnte zumindest, was sie auf jeden Fall, denke ich, machen kann, ist eine Gruppe gründen. Da sind sie dann nur fünf. Sie hat nicht wirklich viele parlamentarische Rechte, nicht so viel wie eine Fraktion. Aber sie hätte halt eine Plattform. Sie wäre sozusagen die Sprecherin dieser abtrünnigen AfD-Truppe und als solche schon auch herausgehoben und könnte sich als solche immer wieder unabhängig auch zu Wort melden und sehr präsent. Genau. Und dann parallel dazu, wie gesagt, das, was wir gerade besprochen haben, ist die Fraktion. Das ist so quasi das Vorgehen im Parlament. Und parallel dazu ist Frauke Petry jetzt eben oder hat sie angekündigt, aus der AfD-Partei auszutreten. Ebenso ihr Ehemann, der ja Fraktionsvorsitzender in Nordrhein-Westfalen ist, Markus Pretzel. Mit anderen Worten, es zeichnet sich am Horizont ab, die Gründung letztlich einer moderateren AfD. Also das könnte dazu kommen, dass die AfD letztlich zerbricht in eine Hardcore-rechtsradikale Partei und in eine moderate rechtsnationale Partei. Aber wie gesagt, das müssen wir jetzt abwarten, was passiert. Interessanterweise ist das jetzt keine ganz große Überraschung, denn Korrektiv, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch die kennt, so ein investigatives Recherchemedium, muss man sagen, sind so ein bisschen ins Gerede gekommen, weil sie jetzt mal mit Facebook gedealt hatten, um Fake News zu prüfen. Das war vielleicht nicht so ein richtig guter Move. Aber im Großen und Ganzen machen die teilweise sehr spannende investigative Recherchen. Und die haben schon im Frühjahr, ich meine im April war es, einen langen Bericht darüber geschrieben, dass ihnen AfD-Insider von diesem Plan berichtet haben. Also den Plan soll es schon seit etwa April geben, dass man die Bundestagswahl noch so mitmacht in der AfD, formal mitmacht. Das hat ja auch gut geklappt, wie gesagt, die hat ein Direktmandat gewonnen, Frau Petry. Und dass man dann mit den Mandaten ausgestattet, aussteigt aus dem AfD-Projekt und dann eben mit diesen vier Jahre Subventionen, wir haben eben darüber gesprochen, wie viel Geld da im Spiel ist, versucht eine neue Partei aufzuziehen. Und das finde ich wird eine spannende Entwicklung, wenn die AfD jetzt möglicherweise eben nicht als der eine rechte Block im Parlament auftreten wird, sondern wenn es möglicherweise zwei rechte bis rechtsradikale Blöcke geben wird. Ich habe eine Sache mir noch aufgeschrieben. Also wir haben, wir reden jetzt immer so ein bisschen so, ja, ist schon übel, da sind schon ein paar echt üble Figuren im Parlament, ja. Und die Sprache ist auch übel und so deren Programme ist auch übel, aber es sind ja nur 13 Prozent oder 12 Komma quietsch und 87 haben irgendwie die Demokraten gewählt und das ist ja vielleicht alles gar nicht so schlimm. Und dann Mario Sixtus hat das rumgetwittert. Der hat geschrieben auch so nach dem Motto, es ist alles gar nicht so schlimm, lies mal das hier. Und das ist ein Blog-Eintrag gewesen von Sophie Somburane. Ah. Und die hat beschrieben, ganz banal, eine Mutter, offensichtlich mit einem Mann aus Mosambik verheiratet, hat Kinder, die nicht offensichtlich deutsch aussehen und die hat in Leipzig gewohnt, die hat Urlaub wohl im Erzberg gemacht und ist nach Potsdam geflohen. Und was die so aus ihrem Alltag erzählt, das ist echt bitter grausam und da denkst du, in so einem Land willst du nicht leben. Die wird angemacht, ich will das hier nicht paraphrasieren, könnt ihr euch durchlesen, wirklich, wirklich übel und ich glaube, das ist AfD. Das ist so, wie Donald Trump gewählt wurde und diese ganzen White Supremacists, diese ganzen Rassisten Aufwind bekommen haben, Leute beschimpfen, Muslime beschimpfen, Afroamerikaner beschimpfen, Häuser beschmieren, anspucken. So wird es auch, ergeht es schon solchen Leuten, die irgendwie anders aussehen als du und ich? Denen geht es schon seit Jahren so und ich glaube, das wird schlimmer werden, weil das jetzt in diesen Mainstream gerückt ist. Die Leute wissen, hey, hier sind über ein Drittel der Leute denken wie ich in Sachsen, über ein Drittel ist AfD. In Ostdeutschland sind wir die zweitstärkste Kraft und dieses Flüchtlinge raus, haut mal ab, ihr fresst uns die Haare vom Kopf, was wollt ihr eigentlich hier? Das ist jetzt so Mainstream und das wissen die Leute. Oder was heißt Mainstream, aber es ist jedenfalls eine völlig normale Meinung. Ja, die anderen wollen halt Kohlekraftwerke abschalten und wir wollen, dass diese abhauen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was mir am meisten so einen kalten Schauer über den Rücken hat laufen lassen. Dass sich einfach das Klima verändert. Ja, und das ist das Klima und das, was wir da im Parlament sehen, das ist sozusagen die Speerspitze, auch wenn sie jetzt, sagen wir mal so rein in Gesetzen, ja, die haben keine große Abstimmungsmacht, die haben keine Mehrheit, ja. Aber sie werden einen Sound anstimmen und sie werden einen Sound etablieren, den die CSU teilweise nachspielen wird, wo auch in der CDU das teilweise nachgespielt wird, wo da so ein rechter Mainstream reinkommt, der in dem Alltag ganz vieler Leute echt fiesen Schaden anrichten wird. Weil sie eben diskriminiert werden, weil sie angespöbelt werden, was die Frau sich anhören muss, ja, da denkst du, das kann nicht wahr sein, das kann nicht sein, dass das normal ist, akzeptiert ist und keiner widerspricht und alle lachen und ja und so, ja. Und das, davor habe ich am meisten Angst eigentlich, dass das sozusagen der Mainstream, der Mainstream wird. Das ist natürlich eine sehr reale Gefahr. Ich sehe zugleich aber im Ende der Großen Koalition auch eine Chance, was eine Stärkung des demokratischen Diskurses angeht. Denn wir hatten ja in der Großen Koalition die Situation, dass die beiden großen Parteien, die ehemaligen oder vielleicht so gerade noch Volksparteien, eben mehr oder weniger gezwungen waren zum Konsens. Und es war ein Problem der Großen Koalition und auch des Wahlkampfs, dass eben die Abgrenzung nicht gelungen ist. Das heißt also, zwischen den beiden Polen, SPD und Union, gab es halt einfach im Parlament letztlich überhaupt keine oder keine spürbaren Gegensätze mehr. Dieses Spannungsfeld ist nicht so richtig aufgemacht worden und Grüne und Linke waren einfach als Opposition viel zu schwach. Und da stelle ich mir den neuen Bundestag völlig anders vor. Klar, die SPD-Fraktion ist massiv geschrumpft, aber es gibt jetzt im Bundestag, gehen wir davon aus, es gibt Jamaika, ja, wird es eine Linksfraktion geben und es wird eine SPD-Fraktion geben. Und die werden beide die Jamaika-Koalition quasi von links mit sozialen Fragen attackieren. Und wenn es gut geht, dann wird es gelingen, dass im Parlament eben nicht mehr ständig nur diese Ausländerthematik eine Rolle spielt, sondern dass endlich mal wieder die soziale Frage gestellt wird. Denn mal ganz ehrlich, bei allen Wahlumfragen hat man gesehen, den meisten Menschen in Deutschland geht es gut, aber es gibt eben einen Anteil von 20 bis 30 Prozent in unserem Land, denen es überhaupt nicht gut geht. Die sich Angst haben um ihre Zukunft, die sich Sorgen machen, die verunsichert sind, das haben wir in der Lage schon verschiedentlich diskutiert und das ist eben einer der Gründe, weswegen die AfD so stark geworden ist. Du hast es eben gesagt und ich könnte mir vorstellen, dass man mit so einer, ich sage es mal, platt linken Alternative zu Jamaika es einfach schaffen kann, Menschen auch wieder davon zu überzeugen, dass nicht rechts die Lösung ist, sondern vielleicht eine sozialere Politik, eine inklusivere Politik und vielleicht hier und da auch eine demokratischere. Und das ist halt der Unterschied zu allen neuen Parteien, die bisher da auch eingezogen sind. Ich meine, die AfD ist jetzt nicht die erste neue Partei, die seit dem Zweiten Weltkrieg ins deutsche Parlament eingezogen ist. Die Grünen sind da irgendwann mal eingezogen, die Linken sind eingezogen, auch die wurden gedisst und ausgeschlossen und die Grünen sind glaube ich 83 rein und haben 94 ihre erste Vizepräsidentin bekommen, weil vorher auch gesagt wurde, die Grünen, die sind irgendwie zu langhaarig und zu striktpulloverig, die kriegen keinen Vizepräsident, das machen wir nicht, da geht die Welt unter. So, der Unterschied ist nur, das sind inklusive Parteien. Die Linken und die Grünen sind bemüht, ja, Wohlstand für möglichst viele herzustellen und möglichst viele auch Minderheiten einzuschließen in das politische System. Die Leute, die da jetzt reingekommen sind, ist eine exklusive Partei. Die definieren sich darüber, es gibt Leute, die dazugehören und es gibt Leute, die nicht dazugehören. Und die Leute, die nicht dazugehören, die sollen halt weg. So, das ist der große Unterschied und deswegen kann man das eigentlich nur ablehnen. Aber ich würde dir recht geben, was wir jetzt erleben ist sozusagen ein Parlament im Vollwaschgang, ja, da sind nicht nur die AfD reingekommen, sondern es sind auch, genaue Zahl habe ich jetzt nicht parat, von der FDP wahnsinnig viele Abgeordnete reingekommen. Ich sehe hier 80. Das haben wir übrigens noch gar nicht diskutiert, das müssen wir noch mal kurz aufgreifen. Und da sind ein paar alte Profis dabei, die vor vier Jahren mit rausgeflogen sind, aber die meisten sind absolute Neulinge. Jetzt kann man sagen, grün hinter den Ohren und so, die wissen nicht, wie der Hase läuft, aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh darüber, dass da auch mal frische Leute reinkommen, die bisher noch nicht da waren. Also ich habe in meiner Twitter-Time eine ganze Reihe, so auch von den jungen Liberalen zum Beispiel, da sind teilweise sehr, sehr intelligente Leute dabei. Die spannende Frage ist natürlich jetzt so aus meiner Sicht, welche Flügel werden da jetzt den Ton angeben bei der FDP? Es gibt ja da traditionell den, sagen wir mal den bürgerrechtlichen Flügel, Aushängeschilder sind Menschen, die eben leider schon relativ alt sind, Sabine Leuthorst-Schnachenberger, Gerhard Baum zum Beispiel, Burkhard Hirsch früher. Und dann gibt es den wirtschaftsliberalen Flügel, der eben so repräsentiert wurde, vor allem von Guido Westerwelle oder Möllemann und Hermann Otto Solms natürlich ganz krass. Und die Frage ist da, was ist denn jetzt eigentlich mit Herrn Littner? Also ich kann den in diesem Koordinatensystem innerhalb der FDP kaum verorten. Wenn man ehrlich ist, ist er jedenfalls noch nicht aufgefallen durch einen bürgerrechtsliberalen Kurs. Und damit hat er jedenfalls keinen Wahlkampf gemacht, Punkt. Die Frage ist, was wird jetzt passieren? Da kann ich die Gewählten noch nicht genug einschätzen. Also wie gesagt, die paar, die ich so in meiner Twitter-Timeline habe, sind durchaus nach meiner Wahrnehmung auch rechtsstaatlich und liberal, auch im bürgerrechtlichen Sinne. Aber das ist eine spannende Frage und das ist zum Beispiel auch eine der zentralen Fragen für die Jamaika-Verhandlung. Denn wenn dieser bürgerrechtliche Flügel bei der FDP jetzt an Einfluss gewinnt, nachdem man doch jetzt eben mit gutem Ergebnis wieder in den Bundestag gekommen ist, dann gibt es da natürlich enorm viele Gemeinsamkeiten. Also Grüne und FDP könnten zum Beispiel diese überschießenden Sicherheitsgesetze der Großen Koalition natürlich korrigieren, wenn man das der CDU, CSU abhandeln kann. Da muss man dann natürlich schon hart auftreten und sagen, das muss jetzt eben mal sein. Da muss man eben versuchen, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, um ein plastisches Beispiel zu bilden, Staatstrojaner sind ja eingeführt worden, dürfen jetzt im Strafverfahren eingesetzt werden. In allen Situationen, wo man normalerweise eine Telefonüberwachung schalten darf, sind etwa 30.000 Fälle im Jahr, wo das rechtlich möglich wäre. Das ist eine Menge und es gibt überhaupt keine Spielregeln, wie diese Trojaner technisch beschaffen sein müssen. Gibt es keine Tests, die Bundesdatenschutzbeauftragte guckt sich die nicht an und so. Ist egal, aber jedenfalls gibt es da hanebüchende technische Probleme, wo die Sicherheitsbehörden weitgehend machen können, was sie wollen. Trotz der Erfahrung mit den Bayern-Trojaner 2011. Und da könnte man ja sagen, könnten Grüne und FDP, wenn sie sich zusammenschließen, in Koalitionsverhandlungen durchsetzen, ja, okay, Staatstrojaner müssen vielleicht sein, aber zumindest müssen wir doch sicherstellen, dass die auf eine rechtsstaatliche Weise eingesetzt werden. Ja, Quelltextprüfungen durch unabhängige Experten, Prüfungen durch die Bundesdatenschutzbeauftragte, da kann man sich tausend Dinge vorstellen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ob da mal Akzente gesetzt werden. Also die GroKo war aus bürgerrechtlicher Sicht jedenfalls eine ziemliche Katastrophe. Aus Sicht der GFF natürlich eine super Zeit, das kann man ja nicht sagen. Also wir haben gut zu tun. So, haben wir es da mit erstmal so... Letzter Punkt, eigentlich den wir noch am Zettel haben, sind die Grünen. Über die haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich gesprochen. Ja. Hast du noch Lust darüber zu reden? Ja, ich gestehe, es hat so ein bisschen erschlagen, Philipp. Also jedenfalls die Grünen hatten ja Riesenglück. Ich habe zwischendurch nachmittags um 17 Uhr bekam ich per SMS von einem Freund die Prognose, die da aktuell war, und da waren die Grünen bei 4 bis 6 Prozent. 5 Prozent Hürde. Das heißt, es war da quasi im Bereich... Ist das das Ding, was du mir geschickt hast? Das war doch ausgedacht, oder? Angeblich war das die aktuelle Prognose 16 Uhr, 17 Uhr von Infratestimab. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls... Aus der Eckkneipe in Neukölln, wo die Grünen dann saßen. Ich habe keine Ahnung. Schon ihr Feierabendbier getrunken. Also dir kam es von vornherein Spanisch vor. Ich habe es dann auch einem Freund von mir geschrieben, per Signal, der bei den Grünen ist, der sagte, auch Quatsch zahlen. Ja, also insofern weiß ich nicht. In jedem Fall sah es zwischendurch mal so aus, als wenn die Grünen nicht so wahnsinnig stark würden. Jetzt haben sie sogar knapp zugelegt, haben eine große Koalition gebildet, äh Quatsch, große Fraktion gebildet, mit ein paar Abgeordneten mehr sogar. Das heißt, denen geht es eigentlich ziemlich gut. Und die Frage ist natürlich auch, wie die sich jetzt positionieren werden. Aber du hast nicht mehr so richtig Bock drüber zu reden. Nein, wir haben ja vor allem am Anfang auch schon drüber geredet. Die haben halt ihre Kernposition. Ich glaube, die wollen in diese Regierung, die beiden, die das da anführen. Der Cem. Und die Katrin. Cem und Katrin wollen in die Regierung. Die werden das machen. Und da habe ich keinen Zweifel dran. Und die Frage ist so ein bisschen, was sie dabei über Bord werfen. Ob sie das durch ihre Basis kriegen, weiß ich nicht. Aber, also... Du hast da keinen Zweifel. Ja, und ich meine... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine bürgerliche Protestwahl gewesen. Also so nach dem Motto, GroKo wollen wir nicht, dann wählen wir halt FDP oder Grüne. Ja. So. Also, das nicht. Ich scrolle nochmal so ein bisschen durchs Pad. Wir hatten ja eine Menge notiert hier über die Bundestagswahl, aber ich glaube... Wir haben jetzt auch schon eine Menge geredet über die Bundestagswahl. Die Ausblickbedeutung, den Punkt... Ja, doch haben wir auch eigentlich. Haben wir? Wir haben das alles durchgekommen. Doch, haben wir eigentlich durch, ne? Nein. Gut, dann würde ich sagen, das war die Bundestagswahl 2017. Doch, reden wir nie wieder drüber. Nee, war nie wieder drüber. Garantiert. Sehr gut. Naja, aber ich finde, es ist einfach bei allen Lamento irgendwie, dass die AfD und alles ganz schrecklich und so. Das ist halt auch Demokratie. Den Leuten stinkt's. Warum auch immer. Und es gibt halt eine neue Partei. Und dann wird die Partei gewählt und die ergreift nicht die Macht, sondern sie ist im Parlament. Und alle anderen können nicht einfach mehr so weiter schlurfen wie bisher, sondern müssen sich irgendwie in Debatten und mit Argumenten besser aufstellen und überzeugender werden und sich selber mehr überlegen, was sie wollen. Das ist eigentlich, weiß ich nicht, ein gesunder Prozess. Diese Nebenwirkungen, diese schrecklichen, habe ich beschrieben. Da habe ich noch einen letzten Punkt, doch noch zur Bundestagswahl und zwar Stichwort, was es denn eigentlich mit Jamaika nicht geht. Dazu hat heute Max Steinbeiß, so der führende Mann hinter dem Verfassungsblock, auf Facebook geschrieben. Dann wählt doch einfach Angela Merkel in der konstituierenden Sitzung einfach mit einer offenen Abstimmung ohne Koalitionsvertrag zur Bundeskanzlerin. Dann ist sie eben einfach Kanzlerin und dann soll sie sich eben Mehrheiten suchen. Das wäre ja mal ein schönes Experiment. Und wir nennen sie dann Queen. Nein, sie bleibt dann natürlich einfach Bundeskanzlerin. Bundesqueen. Bundesqueen. Sie bleibt einfach Bundeskanzlerin, aber sie müsste sich die Mehrheiten jeweils suchen. Ich finde das, ich meine, das ist wirklich total konträr mit allen politischen Traditionen. Darauf hat Merkel, glaube ich, so richtig Bock. Darauf hat sie so richtig Bock. Da bin ich sofort bei dir. Morgens aufstehen und erst mal überlegen, wer ist denn heute so dabei? Das ist mit Sicherheit ihr absoluter Traum. Dafür hat sie nochmal gekämpft. Aber ich glaube, ich finde das jedenfalls als Gedankenexperiment spannend. Außer Altmaier. Altmaier ist immer dabei. Altmaier ist immer dabei. Ja, also der weiß ich dir nicht von der Seite. Aber außer Altmaier ist immer dabei. Wen habe ich denn heute noch an meiner Seite? Ich glaube ja, ich finde es als Gedankenexperiment deswegen spannend, weil es mal sowas völlig anderes wäre. Was wäre denn, wenn man im Bundestag eben jetzt nicht mehr abstimmt, wie es die Koalitionsdisziplin verlangt, Klammer auf, und möglicherweise auch mal totalen Bullshit genehmigt, weil es halt irgendwie im Koalitionsausschuss so bestimmt worden ist. Wie oft habe ich mit irgendwelchen SPD-Abgeordneten zusammengesessen und die haben sich ausgekotzt, dass Thomas Oppermann wieder beschlossen hat, dass irgendein Quatsch beschlossen werden muss. Und sie können halt einfach da so richtig nichts gegen machen. Wie oft habe ich das schon gehört? Ja, die haben das halt, oder Eva Högl, wer auch immer da jeweils den Hut auf hatte in der Fraktionsführung. Ja, das haben die jetzt halt mit der Union so beschlossen. Ich halte das ja auch für Quatsch. Was soll ich machen? Wir haben ja über diesen Punkt Fraktionsdisziplin, Fraktionszwang, haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Und das alles wäre total Banane, wenn jetzt mit einmal im Bundestag wirklich nach Mehrheiten gesucht werden müsste. Ich bin völlig bei dir, Philipp. Das wäre ein völlig anderes Regieren. Das wäre auch total stressig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das zugleich so ein kleiner Jungbrunnen für die Demokratie wäre. Wenn wirklich im Parlament um Mehrheiten gestritten würde und eben nicht mehr nur in irgendwelchen Kummelrunden zwischen Oppermann und den CDU-Pendants. Ich finde es eine total interessante Idee, denn damit würde das Parlament tatsächlich zu einem Ort, wo man das tut, was das Wort sagt. Parler, miteinander reden und vielleicht zu einem optimalen Ergebnis kommen. Eher sprechen wir beide den Kommentar in den Tagesthemen. Ich glaube ja auch nicht, dass das kommt. Ich finde es aber trotzdem interessant, denn unsere Demokratie kann eine ganze Menge mehr, als wir in Zeiten der GroKo erlebt haben. Das glaube ich schon. Kommen wir mal nach Asien. Stimmt. Wir haben ja versprochen, wir stärken unser außerpolitisches Profil. Genau, weil das war ein Thema, was wir schon länger hier rumliegen hatten und wo wir uns immer so ein bisschen vorgedrückt haben, weil es irgendwie so kompliziert und weit weg ist. Genau. Aber da brauchen wir Hilfe. I have the best brain. Everybody says so. I have the best brain, sagt Donald Trump. Ja, wir nicht, jedenfalls nicht in außerpolitischen Dingen, aber wir haben das beste Brain geheiert quasi und haben uns von Lea freundlicherweise ein kleines Pad bauen lassen zum Thema Vertreibung der Rohingya aus Myanmar und der Flüchtlingskrise in Bangladesch. Was ist passiert? Und deswegen spielen wir das ja auch mit verteilten Rollen und das finde ich macht es ja dann auch interessant. Das Dialogische hat ja auch sein ganz eigenes. Das Dialogische und so und das macht es dann aber auch ehrlich gesagt schön manchmal in die Lage zu gehen, weil man weiß, ah, ich weiß, Ulfi hat da wieder was vorbereitet. Oder die Lea. Oder die Lea. Und da kann ich mal ein paar dumme Fragen stellen. Fangen wir doch mal an. Go, Philipp. Rohingya. Ja. Was ist das? Das ist eine Volksgruppe und zwar eine muslimische Minderheit in dem mehrheitlich buddhistischen Myanmar, also in Südostasien und diese 400.000 Rohingya sind geflüchtet ins Nachbarland Bangladesch und das muss man sich so ähnlich vorstellen, offensichtlich wie im Mittelmeer, also wie die Flüchtlingsströme aus Afrika oder aus Syrien. Das heißt auch da flüchten Menschen über das Meer, um letztlich ihr nacktes Leben zu retten. Warum machen die das? Also die sind staatenlos, glaube ich. Die sind staatenlos, leben aber grundsätzlich in diesem buddhistischen Staat Myanmar, sind aber ihrerseits Moslems und da gibt es im Grunde schon seit Jahrzehnten große Probleme. Ein bisschen bekannter ist wahrscheinlich der Konflikt um Kaschmir, also zwischen Indien und Pakistan und als ich die Recherche von Lea gelesen habe, fiel mir auf, dass das in gewisser Hinsicht so ein Parallelproblem ist. Also Stichwort Kaschmir, was ist da das Problem? Indien war früher eine britische Kolonie oder englische Kolonie und irgendwann ist sie dann in den 40er Jahren selbstständig geworden und dabei hat man das Land aufgeteilt in einen Hindu-Teil, das ist Indien und in einen muslimischen Teil, das ist Pakistan, das war alles früher britische Kolonie und Kaschmir ist dabei Indien zugeschlagen worden, jedenfalls der größte Teil von Kaschmir, obwohl es dort eine muslimische Bevölkerungsmehrheit gibt und das gibt im Grunde seitdem ganz große Probleme. Und so ähnlich ist es eben auch gelaufen in Myanmar und Bangladesch, denn da gibt es im Grunde seit der Dekolonialisierung das große Problem, dass diese muslimische Minderheit existiert und dass diese muslimische Minderheit letztlich zu Bürgern zweiter Klasse degradiert wird, die eben, wie du schon richtig sagst, nicht mal die Staatsbürgerschaft hat. Und das führt natürlich auch zu Konflikten, die dann immer wieder militärisch ausgetragen werden oder jedenfalls gewaltsam ausgetragen werden. Es gibt, also man muss sagen, die Rohingya sind jetzt auch nicht quasi reine Kinderkontraubung. Das war nämlich immer so, wo man immer, finde ich, so skeptisch wird, ist, wenn man in den Nachrichten hört, ha, da ist eine Bevölkerungsgruppe, irgendwie 400.000 Leute und das ist sozusagen, sagen wir mal, der Prototyp einer ethnischen Säuberung. Ja, das sind die reinen Opfer und sie werden vertrieben und sie werden abgeschlachtet und sie müssen fliehen. Ja, und wenn sich da alle einig sind, dass das so ist, finde ich, steht immer so die Frage so, ja, wirklich? Also ganz so einfach ist es eben in der Tat auch nicht. Also diesen Konflikt gibt es schon seit Jahrzehnten und der ist in letzter Zeit eben wieder aufgeflammt, vor allem seit dem Oktober 2016, als angeblich, man weiß es nicht ganz genau, Attribution Problem, verschiedene Rohingya-Rebellen angeblich mehrere Grenzsoldaten töteten. Und das Militär in Myanmar hat dann auf diese Angriffe mit brutalen Repressalien reagiert. Also die Gegengewalt durch das Militär ist da total eskaliert. Hunderte von Rohingya wurden getötet, vergewaltigt und sind geflohen. Ganze Dörfer wurden niedergebrannt. Das heißt also, das Militär hat sich gegen diese, muss man wohl so sagen, Terrorangriffe, wenn es sie denn tatsächlich gegeben hat, schwierig wirklich festzustellen, sehr gewaltsam gewehrt. Und das führt jetzt eben dazu, dass etwa 400.000 Menschen aus dieser Bevölkerungsgruppe der Rohingya sich auf den Weg gemacht haben und versuchen, Myanmar zu verlassen. Also das klingt für mich nach so einem Bild, was ich da vor Augen habe. Es gab also quasi vor der Kolonialisierung quasi so, nicht so diese Nationalstaaten, sondern es gab quasi ethnische Gruppen, die mehr oder weniger in einem Gebiet gelebt haben. Dann kam halt die Kolonialisierung, die Nationalstaaten haben sich gebildet und auf einmal waren die halt in irgendeinem Nationalstaat gefangen und waren damit mehr oder weniger zufrieden. Es gab, sagen wir mal, Anschläge von diesen Rohingya und da ist halt kein demokratischer Staat mit einem demokratisch kontrollierten Militär ist, der das auf, sagen wir mal, zugegebenermaßen terroristische Attacken, aber eine angemessene, eine harte, aber angemessene Reaktion zeigt, sondern eben völlig über die Stränge schlägt und da hunderte von Leuten umbringt, was dann wiederum diese Leute in die Flucht schlägt. Ganz genau. Das kann man so sagen und man muss das eben alles vor diesem Hintergrund des historischen Konflikts sehen, der im Grunde schon besteht seit der Dekolonialisierung, seit er eben Nation Building betrieben wurde und dabei ganz offensichtlich die Grenzen zwischen verschiedenen Volksstämmen und auch die Grenzen zwischen den verschiedenen Religionen nicht so wirklich beachtet wurden. Das heißt also, genau wie du es gesagt hast, wurden da Menschengruppen zusammengewürfelt in einem Staatsgebilde, die eben platt etwas anders ticken, die eine andere Religion haben, eine andere Volkszugehörigkeit und das ist immer schwierig, weil das natürlich dann zum Auflammen oder schnell zum Auflammen von Konflikten. Und das heißt also, wie viele von denen wurden jetzt vertrieben? Also man schätzt etwa 400.000 Flüchtlinge sind inzwischen in Bangladesch angekommen, was natürlich dann auch dort zu einer humanitären Krise führt, ich meine, muss man sich mal überlegen, es ist ein kleines Land. Als der Ärmsten der Welt. Und die haben etwa die Hälfte der Menschen aufgenommen, die wir aufgenommen haben, mit einem Bruttosozialprodukt, das wahrscheinlich mehrere hundertfach so groß ist, wie das von Bangladesch. Ja, und das ist eben das ganz große Problem. Die Frage ist, wie ist das jetzt quasi völkerrechtlich einzuordnen? Ist das ein Völkermord oder ist das eine ethnische Säuberung? Warum muss man das unterscheiden? Ist das nicht dasselbe? Nee, das ist eben nicht dasselbe. Die beiden Begriffe Genozid, Völkermord und ethnische Säuberung werden sehr häufig synonym verwendet. Das ist aber eigentlich falsch. Beide Begriffe, also sowohl Völkermord als auch ethnische Säuberung kommen oder beide Tatbestände, wenn man so will, kommen vor im Statut des Internationalen Strafgerichtshofs und dann auch im deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Aber sie sind zu unterscheiden. Beim Genozid geht es nämlich tatsächlich darum, dass eine staatliche Macht versucht, eine nationale, ethnische oder religiöse Gruppe völlig zu vernichten. Das heißt also, da geht es dann nicht nur um einzelne Morde, sondern die müssen quasi eingebettet sein, in einen Masterplan tatsächlich eine solche zum Beispiel national, ethnisch oder religiös definierte Gruppe zu vernichten. Ruanda war so ein Beispiel. Das wäre so ein Beispiel. Und das ist eben in Myanmar aufgrund der mangelnden Informationslage praktisch nicht nachweisbar. Das kann man also nicht mit Sicherheit sagen. Das ist nicht um einen Genozid oder Völkermord im Sinne von Artikel 6. Sondern es ist eine ethnische Säuberung. Genau, das ist eine ethnische Säuberung. Und warum muss man das denn unterscheiden? Weil es einfach rechtlich andere Folgen hat. Aber hat es denn Folgen? Ja, also es sind jedenfalls mal Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch und die Menschen, die diese Straftaten begehen, können dann auch von dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt werden unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist ja sehr kompliziert. Der Internationalen Strafgerichtshof ist ja quasi nur subsidiär zuständig, wenn die Staaten selber ihre Strafgewalt nicht effektiv wahrnehmen. Das ist alles sehr kompliziert. Nicht alle Staaten haben dieses Statut ratifiziert. Die USA, ganz prominent, sind da nicht dabei, weil sie immer Angst haben, dass amerikanische Soldaten irgendwo im Ausland vor Gericht gestellt werden. Aber jedenfalls fand ich das selber ganz interessant, das habe ich nämlich bei dieser Gelegenheit mal gelernt, dass Genozid und ethnische Säuberung einfach nicht dasselbe sind. Sondern bei Genozid geht es immer um den Plan, diese Gruppe möglichst völlig zu vernichten. Die UN spricht im Falle der Hunya bislang nur in Anführungsstrichen von ethnischer Säuberung. Die Türkei oder Bangladesch hingegen beschuldigen Myanmar jetzt schon des Völkermordes. Das heißt, da geht im Grunde schon die politische Diskussion los, wie das jetzt eigentlich ist. Und was ist jetzt Status? Die sind jetzt in Bangladesch. Also etwa 400.000 Menschen sind jetzt in Bangladesch und leben da unter miserablen Bedingungen in irgendwelchen Flüchtlingscamps. Und wie es weitergeht, weiß es im Grunde niemand so richtig. Und jetzt gibt es, also ich verbinde ja mit Myanmar immer den Namen Aung San Suu Kyi. Genau. Die ist doch Friedensnobelpreisträger geworden. Ja, und das gibt dem Ganzen so eine pikante Note. Die Regierungschefin in Myanmar ist in der Tat mit dem Friedensnobelpreis ausgeteilt worden. Also sie ist de facto Regierungschefin. Offiziell ist die Außenministerin. Aber ich sage mal, sie ist die starke Frau. Frau, das kann man glaube ich sagen. Und sie hat in der Tat wegen ihrer friedlichen Oppositionsarbeit gegen die alte Diktatur dort eben mal den Friedensnobelpreis bekommen. Und hat jetzt erschreckend lange gebraucht, um sich von diesen Straftaten zu distanzieren. Hat sie sich denn überhaupt distanziert? Ich habe irgendwie gehört, dass sie das auf Englisch gehalten hätte, ihre Rede. Und dass das mehr so als Befriedung der aufgeregten internationalen Presse und Politikszene dienen würde. Das weißt du natürlich nie so richtig, was ihre Motive sind. Sicherlich geht es auch darum, international wieder ein bisschen an Prestige zu gewinnen, weil sie natürlich durch die Kritik an dieser Vertreibung jetzt sehr schnell an Prestige verloren hat. Aber immerhin hat sie sich jetzt öffentlich gegen die Gewalt ausgesprochen und hat auch internationale Diplomaten eingeladen, die Situation vor Ort zu untersuchen. Aber warum mal ketzerisch gefragt? Warum müssen wir uns denn mit sowas befassen? Ja, das ist letztlich glaube ich eine Frage der Empathie. Ob wir einfach uns für das Schicksal von anderen Menschen auf der Welt interessieren, wenn es denen schlecht geht. Denn man muss ja immer sich vor Augen führen, dass die deutsche Außenpolitik und auch die deutsche Wirtschaftspolitik mitunter einen erheblichen Anteil daran hat, was an anderen Orten auf der Welt so schief geht. Nicht immer, aber oft. Und das ist also quasi ein ganz pragmatischer Grund, denke ich, weswegen man sich das fragen kann. Man kann sich außerdem fragen, ob Deutschland nicht möglicherweise was tun kann, diplomatischen Einfluss geltend machen. Und dann denke ich mal, interessieren sollte uns das einfach, weil es da Mitmenschen gibt, mit denen Furchtbares passiert. Was ist denn jetzt mit den, es sind ja Muslims, die vertrieben werden. Was ist denn jetzt mit diesen muslimischen Staaten? Helfen die? Das ist bislang mir jedenfalls nicht zu Ohren gekommen. Es gibt so verschiedene Anfragen an die Bundesregierung immerhin. Da sollen angeblich für den Bundesstaat Rakhine, das ist wohl ein Bundesstaat in Myanmar, eine Million Euro für Hilfsprojekte vorgesehen sein. Ob da islamische Staaten sich engagieren, habe ich jetzt ehrlich gesagt hier in der Recherche noch nicht gefunden. Aber islamische Terrororganisationen wie Al-Qaida warten natürlich nur darauf, Menschen für ihre Terrormissionen zu rekrutieren, die als Moslems verfolgt werden. Das heißt also, da gibt es dann sehr wohl direkt eine weitere Querverbindung zum internationalen islamischen Terrorismus. Und auch in Südostasien hat es ja schon furchtbare Anschläge gegeben. So viel? So viel dazu. So viel dazu. Und an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Lea, ohne die dieser Blog so nicht zustande gekommen wäre. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gibt uns auch dazu bitte Feedback, ob das so funktioniert, ob das plausibel war, ob das verständlich war. Mir hat das jedenfalls sehr viel Spaß gemacht. Haben wir denn noch Feedback aus den Kommentaren oder so? Nö, 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 nö. Da war nix. Nö, aber das haben wir ja schon eingebaut, ne? Wir hatten diese Frage, ah, Nazi oder nicht Nazi. Das waren wir schon dabei, ne? Genau. Es gab noch hier, ähm, was machen die eigentlich die ganzen Bundestagsabgeordneten den ganzen Tag? Mein Sohn hat mich heute auch gefragt. Du, was macht eigentlich die Bundeskanzlerin den ganzen Tag? Interessante Frage. Also ich schätze mal, der Tim- Killine von Angela Merkel ist prall gefüllt. Steht früh auf. Alle möglichen repräsentativen Termine. Aber ehrlich gesagt, ganz im Detail weiß ich es auch nicht. Ich weiß, es ist etwas besser für Bundestagsabgeordnete, denn deren Arbeit besteht in der Tat vor allem daraus, Dinge zu lesen, zu schreiben, Vorlagen zu schreiben, mit ihren Mitarbeitern abzustimmen und dann natürlich in Ausschüssen zu sitzen und dort zu diskutieren, Experten anzuhören. Ja, das ist schon, also der Tag eines Bundestagsabgeordneten ist auch extrem, extrem voll. Ich war ja nochmal bei der Lage, es gibt ja immer diese ganzen Minister und Bundeskanzlerin auch, die kriegen ja immer so eine Morgenlage. Ja, so eine Art Briefing. Ja, die hören dann die Zusammenfassung der Lage zusammen. Nein, also die kriegen von ihren Mitarbeitern gesagt, was da so für Artikel erschienen sind und was auf dem Terminkalender steht und wer in der vergangenen Nacht was gemacht hat und was an diesem Tag ansteht und so. Und das habe ich mal bei Schawan war das, glaube ich, die war Bildungsministerin, da war ich morgens mal mit dabei und war überrascht, wie banal das alles ist. Und wie wenig diese Minister wahrgenommen werden. Ja, dann gab es in der, dann saßen wir da morgens um sieben, ich kam zu spät. Sieben Uhr war die Morgenlage schon. Oder halb acht oder so. Das war ziemlich früh, unchristend. Ich kam zu spät, war völlig verschwitzt, bin halt irgendwie, hab vor der falschen Adresse geparkt, bin da hingelaufen, reingehetzt irgendwie, alle haben auf mich gewartet, ich kam da rein, war völlig verschwitzt. Und das wird ja erst auch nicht besser, du kommst ja rein und schwitzt schon und dann setzt du dich hin und dann gehst du erst richtig anzuschwitzen. Und dann saß ich da mit der Schawan, ihrem Atlatus und dem Pressemenschen, wir saßen so viert um diesem Kaffeetisch rum. Philipp halt so im Sakko, wie er das meistens denkt. Und ich hab geschwitzt und ich konnte mir das ja auch nicht ausziehen. Ja und dann saß ich immer so da und wenn alle mal aus dem Fenster geguckt haben, das war echt, echt peinlich. Aber es war halt trotzdem interessant, weil es so banal war. Da saß die Ministerin und die haben sich dann Ausschnitte, Zeitungsausschnitte aus der Osnabrücker Zeitung, so ein Einspalter aus Seite 11, wo dann irgendwie erwähnt wurde, dass das Ministerium ja auch das Bildungsprogramm XY finanziert. Nichts gegen die Neu-OZ-Filme. Wieso kommst du da aus der Ecke? Aber bei allem Respekt, aber das ist nicht das, was du erwartest, wenn du morgens, du denkst irgendwie, es geht so um die große Weltlage und drehen wir die Welt heute mal anders rum oder doch, lassen wir es doch so. Nein, es geht um einen Einspalter aus der Neuen Osnabrücker Zeitung. Es war schon interessant, wie schwer die das offensichtlich haben, mit ihren Themen da irgendwie unterzukommen und wie sehr sie sich freuen über kleine Wahrnehmungsfragmente. Ja klar, deswegen gibt es ja auch in Ministerien so einen kleinen Pressespiegel, das ist immer so zur Besänftigung der gekränkten narzisstischen Seele, dass man dann irgendwie sieht, wenigstens mit einem Halbsatz kommt man vor in der Bild-Zeitung. Wenigstens mit einem Halbsatz. Genau, ja. Merkel. Sollen wir eigentlich mal, macht das Sinn, mit Merkel ein Interview zu machen? Mal gucken, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach wird, einen Termin zu kriegen. Und dann, Philipp, wenn, müssen wir beide hin und richtig Good Corp, Bad Corp spielen. Aber, ich meine, die redet ja mit diesen ganzen YouTube-Fuzzis. Mit diesen YouTubern? Du meinst, wir sind relevanter als YouTube? Wir können das mal versuchen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie momentan ein bisschen zu tun hat. Meinst du? Aber schauen wir mal, vielleicht ist sie ja vor Weihnachten irgendwie milde gestimmt. Milde gestimmt. Schauen wir mal, vielleicht. Wir behalten das mal im Auge und vielleicht hat ja irgendjemand ein Draht. Das wäre jedenfalls mal sehr lustig. Naja, der Altmaier, der kann das schon was machen. Meinst du? Keine Ahnung, ich frage mich, ob das Sinn macht, ob man das so… Also man muss sie dann schon auch wirklich ein bisschen konfrontieren, glaube ich, damit es Spaß macht. Denn das ist ja das Ding, das hat man ja in einem Altmaier-Interview gesehen, wenn die so im Default-Modus sind, wenn die so auf Autopilot sind, dann ist das so ganz nett. Aber dann bleibt das letztlich auch an der Oberfläche. Weißt du, dann kommen da auch Politphrasen. Also nichts gegen das Altmaier-Interview, aber ich fand das unterm Strich so ein bisschen zu glatt. Es war auch, ja, ich würde das… Wirst du? Ich würde das auch gar nicht… Das war spannend, weil man was über ihn erfahren hat, aber man hat ihn im Grunde nicht aus der Comfortzone rausgezogen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch Gegenstand eines Interviews. Das macht der Spiegel ja super, ne? Also findest du? Fandest du das viel besser? Ich finde den Spiegel, gerade was die Interviewtechnik angeht, nach wie vor ziemlich gut. Die machen das halt ja immer so, dass zwei bis drei Redakteure hingehen und da ist halt immer einer so, fragt so ein bisschen, hoch, ja, was haben sie denn heute so gemacht, was war auf dem Frühstücksbrot? Und der andere haut dann voll auf die Sahne. Also das finde ich eigentlich eine sehr interessante Technik. We've got some bad hombres here. Bad hombres. Das öffentlich. Ja, ich würde sagen, wir haben es einigermaßen erschlagen. Genau, wir haben die Lage der Nationen abschließend erörtert und umfassend. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir so lange ausgehebt haben. Es gibt noch Getränke hoffentlich im Kühlschrank. Bitte stürzt euch auf den Kühlschrank, genau. Genau. Nächste Lage gibt es nochmal Ende der Woche, Anfang nächster Woche. Bald. Bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Lage Nummer 67 mit Philipp und Ulf. Schön, dass ihr dabei wart. Und eine schöne Woche. Drückt uns die Daumen. Bis bald. Danke, Winkel. Ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.